Ja, ist das Hans-Joachim, bitte. Ja, wer ist da? Ja, hier ist der Steuernhof von Erex Capital, Joachim. Steiner? Ja, Steuernhof von Erex Capital. Sie haben sich bei uns angemeldet für Bitcoin. Ja, das ist richtig. Du, wir haben noch nicht Handelskonto aktiviert, ne? Und es starten ja neue Währungen, Joachim. Neue was? Starten? Die neue Währungen starten. Neue? So wie der Bitcoin damals, ja, neue, klar. So wie der damals Bitcoin, jetzt gibt es den Dockcoin, den Cordano mit 1,55 Euro, den Ripple mit 1,15 Euro. Der Bitcoin hat damals auch gestartet mit 70 Cent. Wegen dem Dockcoin, ne? Das hat mich ja interessiert. Der Dockcoin ist auch dabei. Haben Sie sowas? Ja, der Dockcoin, der steht momentan bei, ja, ganze 43 Cent startet er. Ja, ja, der ist ja auch schon mal ein Stückchen höher gewesen. Ja, gut, aber Stückchen hoch, bisschen runter, ist egal. Hauptsache, man startet unter 1 Euro. Oder man kann auch mit 1 Euro starten, wenn er es erreicht. Und dann warten wir ab, ne, mit dem Bitcoin damals. Der Bitcoin war damals mit 70 Cent. Ja, ja. Und hat das höchste, ja, das höchste 50.000 erreicht. Ja, ja, wenn man da mal nur gekauft hätte, ne? Ja, meine ich doch. Ich bin ehrlich, ich hab den damals auch nicht gekauft. Hätten wir 10 Stück gekauft oder 100 Euro eininvestiert. Mein lieber Scholli, braucht man nicht da zu denken, was das für Millionen da wären. Ja, ja, da hätten wir ausgesorgt, ne? Ja, meine ich doch. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, ne? Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht. Aber gut, vielleicht haben wir jetzt Glück, ne? Also, wie gesagt, da ist ja der, äh, also. Da, gut, der Ethereum steht bei 3.318. Bei Binance Coin, der steht bei 504 Euro. Dock Coin, 340 Cent. Cordano, 1,55 Euro. Ja, Ripple steht bei 1,16 Euro. Ja, der X Ripple. Das sind so Coins, die man, also die Top 10 sind ja, wie gesagt, Polkado. Ja gut, Polkado geht bei 35 Euro. Was hast du denn? Das habe ich ja noch gar nicht gehört. Ja, äh, ja, in die 10, äh, die 10 Kryptowährungen, Börsenwelt, ne? Gibt's ja die Top 100, wir machen aber die Top 10 nur. Das ist die Polkado, auch. Mit 94, äh, 34 Euro. Ist er da? Ja, aber da ist der Dock Coin ja deutlich günstiger, nicht wahr? Ja, klar, mit 43 Cent. Gut, und der, äh, X Ripple, Ripple, der ist bei 1,16 Euro. Ja. Und der Cordano, Cordano, ist fünfter Platz mit 1,55 Euro. Gut, der Bitcoin ist immer noch erster Platz bei 42.000 und, ne? Wie gesagt. Ja, so viel Geld habe ich ja aber nicht, ne? Ja, nee, nee. Nein, wir können auch, nein, der Startkapital, wir haben, Joachim, wir starten ja nicht mit 43.000, 45.000 Euro. Wenn sie, wenn sie an dem Bitcoin teilnehmen, können sie auch, äh, zum Beispiel, 200 Euro in den Bitcoin investieren und die restlichen 50 Euro kaufen wir den Cardano, der X Ripple, ne? Ich wollte ja den, den Dock Coin haben, weil ich mag ja, ich mag ja den Hund so, der da drauf ist, nicht wahr? Ja, nee, nee, da ist ja auch ein Dock Coin. Ja, ja, deswegen, da ist ja ein Hund drauf. Ja, so, das ist eine Ekyptowährung und ein Dock, hat was mit Hund zu tun, mit 43 Cent. Deswegen, ich mag ja Hunde. Ja, nee, ich habe auch einen kleinen Hündchen. Ja, aber doch, äh, Dock Coin ist aber 43.000. Ich habe einen deutschen Schäferhund, aber der ist klein, ich habe den gerade mal vier Monate. Ah, das ist ja großartig, das ist ja sehr dankbare Tiere, ne? Schwarzer, ja, ja, den muss ich jetzt züchten, bis ihr sein Gewicht erreicht, ja, und dann, wie gesagt, ich habe den jetzt vier Monate. Sie züchten die? Nein, jetzt nur den einen. Also, ich sage, ich sage mal, Großziehen, sage ich mal so. Ach so, ja, das ist ja ein Unterschied, ne? Ja, ja, stimmt, schon, Unterschied. Aber wie gesagt, äh, ja, was machen wir? Starten wir den Account, Hans-Joachim? Wann starten wir denn? Haben Sie für Ihren Hund denn auch schon Dock Coined? Dock Coined habe ich gestartet, ich habe aber nicht viele gestartet. Ich habe, jetzt, Moment, wo ist meine Liste? Gut, Ethereum habe ich auch vielleicht für 500 Euro investiert. Binance Coin, gut, der steht bei 503 Euro. Dock Coined habe ich genommen, Cardano. Gut, es gibt auch einen Teta. Vielleicht kennen Sie Teta mit 82 Cent. Einen Teta? Teta, der ist auf der sechsten Stelle. Was hat er denn gemacht? Ja, der ist bei der sechsten Stelle mit 82 Cent. Der Attentäter? Der startet doch. Nein, ist der Attentäter jetzt. Haha, ein bisschen Spaß, das klang wie Attentäter. Ja, nein, der ist ja Teta. T-E-T-H-E-R, T-E-T-E-T-E-T-E-T-E. Das hat mich halt interessiert da dran. Wie heißt es eigentlich mit Vornamen? Hier steht Hans Joachim und weiter. Ja, ja, Hans Joachim. Ach, Hans Joachim ist Vor- und Zunahme? Nein, nein, Vorderziege ist der Nachname. Ach, Nachname ist der Vorderziege. Das ist der Familie. Der Familienname, genau. Sind Sie jetzt ehrlich oder soll ich jetzt lachen? Ist das wirklich ein Name? Ja, natürlich. Warum sollte das kein Name sein? Das habe ich noch nie gehört. Name Vordertiger. Das habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht, also vor meinem eigenen Nest. Selten auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich selten. Das ist zum ersten Mal. Ich meine, gut, ich bin in Deutschland jetzt knapp 35, 37 Jahre. Aber Vordertiger habe ich schon nie gehört. Man lernt nicht aus, nicht wahr? Haben Sie ein bisschen recherchiert? Wo kommt der Name? Wie bekommen Sie den Namen? Der Vater, Urgroßvater? Sowohl als auch. Vordertiger ist auch ein Jude, ein jüdischer Name. Ja, ja, das ist schon richtig. Das geht ja im Prinzip auf die Ziegenhaltungstradition in den Schweizer Voralpen. Das ist quasi, wo man heute Sefa zu den Leuten sagt. Das ist früher der Vorderzieger gewesen. Ach so, deswegen, klar. So in etwa können Sie sich das vorstellen. Ja, nee, klar. Deswegen, ich habe gedacht, das ist ein Witz. Also haben Sie jetzt extra... Haben Sie jetzt bewusst so einen Spaß? Wollten Sie sich in den Nachnamen reintun? Ja, ich habe schon mein Leben lang Ärger mit dem Namen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Deswegen, ja, Sie sind wirklich ein bisschen Vorderzieger. In welchem Ort leben Sie? Wo leben Sie denn in Deutschland? In Berlin. Ach, Berlin direkt? Ja, Mariendorf, falls Sie das kennen. Mariendorf, ja gut, gibt es auch in Nordrhein-Westfalen. Aber gut, ja, heißt ja auch im Vorderzieger. Nee, den Start-Time. Start-Time, aber nicht. So. Und von wo rufen Sie an? Wir sind in Österreich, wir sind in Schweiz, wir sind in Deutschland. Nee, aber Sie selber, Sie können ja nicht an drei Orten gleichzeitig sein. Nein, nein, wir sind auch sogar in London. Ja, und wo sind Sie jetzt? Und in Budapest sind wir auch. Wo, Budapest? In Budapest sind wir auch. London ist die Hauptzentrale. Budapest, ja. Wir haben schon viele Zweistellen, wo wir eben einen Witz haben. Und wo sind Sie jetzt selber? Ich selber bin jetzt an der Donau. An der Donau? Schön. Hamburg. Hamburg ist auch eine sehr schöne Ecke. Ich habe tolle Tage verbracht. Ach, waren Sie schon da? Ja, ja, haben wir schon mal ein Zweithaus gehabt früher. Oh, schön. Das war immer toll. Das war schön. Hört sich nach guter Stimmung an bei Ihnen. Bei uns ist immer Musik. Ja? Immer, ja, ja. Wir haben immer Musik im Hintergrund, weil ich bin am Telefon neun Stunden. Und ja, dann lassen wir die Musik im Hintergrund immer laufen. Da würde ich wahnsinnig werden, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ja, gut, PC beim Computer, Telefon, Musik im Hintergrund. Und Pause einmal zwischen. Ich wollte gerade sagen, da müssen Sie ja zwischendurch aber auch mal die Ohren durchlüften. Ja, natürlich. Bei so viel Geräuschkulisse den ganzen Tag. Ja, eine Stunde Pause und zweimal 15 Minuten. Ja, das hört sich anständig an. Da haben Sie gute Arbeitsbedingungen da, ja. Ne, das muss jetzt auch so sein. Ja, natürlich, klar. Sag mal, die Rechte der Arbeitnehmer sind, sag mal, sehr wichtig. Ja, nicht wahr? Bisschen sogar psychologisch, sag ich mal so. Ist das schon so, ne, psychisch an dem Kopf. Aber gut. Haben Sie da einen Psychologen? Nein, ich meine, es geht ja schon mit den Kunden telefonieren unter dem Computer, ne, Musik. Und das geht schon so ein bisschen an der Psyche, sag ich mal so. Ach so. Ist jetzt sicher nicht was Schwieriges, das wir tun. Ich habe einen Bleistift in der Hand und tippe meinen PC und eine Tastatur. Ja. So anstrengend. Aber gut, in dem Job ist immer was. Ja, natürlich. Man geht ja nicht arbeiten, weil es Spaß macht. Ja. Sondern weil man leben muss, ne. Ja. Ich habe ja auch immer zu meinem Chef gesagt, ich lebe nicht um zu arbeiten, ich arbeite um zu leben. Logisch. Das ist auch zu verstehen, der Spruch. Absolut. Naja, für ihn war das nicht ganz so klar. Da hat man ihn immer wieder mal dran erinnern müssen. Tja. Also ich wollte ja nicht einziehen in der Firma. Ich meine, ich weiß nicht. Ich meine, jetzt ist er mit goldenem Löffel in den Mund geboren. Oder hat er nie gearbeitet? Oder ist er sofort, ja, selbstständig geworden als, äh, weiß ich nicht. Naja, das, das, das Problem ist ja, ich bin ja Uhrmacher. Ja. Und er hat ja, sag ich mal, die Firma geerbt gehabt vom Vater. Und hat halt vor der Firma, also bevor das geleitet hat, hat er Betriebswirtschaftswesen studiert. Ja. Heißt also auf gut Deutsch, der hat in seinem Leben nie gearbeitet. Wollt uns aber erzählen, wie wir unsere Profession machen, die wir das seit 20, 30 Jahren alle machen. Ja, sehr. Und da kann das halt auch nicht so gut klappen, ne, wenn da so ein junger Kerl ankommt. Ja. Auch keine Haare am Sack, aber ein Kamm in der Tasse und will einem erklären, wie man seine Arbeit macht. Genau. Das war nicht so schön mit dem. Klar, man muss auch irgendwie menschlich bleiben und in die Seele rein sein. Das stimmt. Und man muss zum Alllieb sein. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Es gibt ja so ein schönes, ich hatte einen indischen Arbeitskollegen, das war ein herzensguter Mensch. Der hat immer gesagt, wenn es nichts gibt, was du jemandem geben kannst, dann schenk ihm ein Lächeln. Und das ist einmal so mein Lebensmotto ein bisschen geworden. Das ist auch schön, ja. Da steckt was dahinter. Eigentlich habe ich von keinem gedacht. Ich habe das schon mal gehört, aber ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Aber jetzt höre ich das auch von Ihnen. Da muss ich wirklich Gedanken dann machen. Ich schenke ihm einfach ein Lächeln. Das ist einfach so. Oder umarmen einfach. Einfach umarmen. Das ist ja im Moment, sage ich mal, bei Strafe verboten. Aber der Grundgedanke ist natürlich, sagen wir mal, sehr wichtig. Muss man aber halt aufpassen, wo man das macht. Wenn man da abends auf der Straße, sagen wir mal, einfach irgendeine Frau umarmt, da hat man halt ganz schnell mal Pfefferspray in der Schnute. Oh. Ja, das kann ein bisschen bei ihr anders rüberkommen. Richtig. Ich weiß ja nicht, dass wir die Guten sind, nicht wahr? Ja, das ist ja das. Aber woher auch, ne? Ja, es war so eine Reportage, da haben sie hier RTL und so, dieses hier Frühstücksfanschen und so. Und da haben die so eine Reportage, dann sind sie einfach auf die Straße gegangen. Aber gut, tagsüber mit Kamera, ne? Ist ja logisch. Die haben wir gesehen von RTL. Und dann ist einfach so gegangen, der Moderator, mit auf die Straße. Da hat er einfach so, Frau umarmt oder Mann, egal. Einfach so umarmt. Klar, die waren so erschrocken, so am Gucken, ne? Am Lächeln. Aber gut, die Kamera war dabei, ne? Von RTL. Aber und dann waren die so, ne, ich wollte sie einfach umarmen. Einfach umarmen. So. Das ist ja Herz aller Liebst. Ja, so war das. Hahaha. Hätte ich mich ja nicht getraut, muss ich sagen. Hätte ich zu sehr Angst gehabt vor den negativen Reaktionen, dass ich da als perverser dann gelte. Ne, klar. Aber weil ja die Kamera ja da war, RTL, ne? Ne, dann die Leute, klar. Da waren ein bisschen anders drauf. Ja, sag mal, RTL hat jetzt ja auch nicht gerade den besten Ruf, ne? Da hätte das ja auch in die Hose gehen können. Äh, wieso? Da habe ich jetzt nichts mitbekommen. Ne, sag mal, die haben ja, sag mal, kein allzu anspruchsvolles Fernsehen, was die anbieten. Ja, gut, RTL gucke ich, wer wird mir noch näher. Dann gucke ich, äh, Punkt 12 beispielsweise, wenn ich das schaffe. Äh, schaffe ich eigentlich nicht, aber morgens, Frühstücksfernsehen. Ja, ansonsten RTL, ja. Ja, der Jauch ist ja schon so der Höhepunkt, bei dem ist mein Vater mal gewesen in der Sendung. Ach, ist er gewesen? 2004 war das. Ja. Ist aber nicht so weit gekommen. Oh, nicht so weit. Ja, bei den 32 ist er ausgestiegen. Der hat, sag mal, seine Joker sehr früh verbraucht. Ah. Und das wird einem dann halt zum Verhängnis, ne? Wenn man an den entscheidenden Punkten, dann nur an den kryptischen Antworten vom Jauch und an den eigenen Erfahrungen festmachen kann, anstatt sich da nochmal, sag ich mal, helfen zu lassen, dann ist schwierig. Oh, stimmt. Ja. Weil der versucht einem halt auch zu verwirren, der Typ, nicht wahr? Haha. Wenn es kritisch wird, klar. Ja, natürlich, bevor die da eine Million verlieren, ne? Da sagt er ja auch, ja, verwirren sie den nochmal ein bisschen. Ja. Ja. Stimmt. Würde ich ja zugegeben nicht anders machen. Ja, ja. Das ist sein Job, ne? Na klar, der muss ja sein Geld verteidigen. Aber gut, es gab ja schon ein paar Millionen, ne? Ja, ja, ein paar gab es das. Es ist wohl sogar so gewesen, die hatten wohl ne, hab ich mal bei Wikipedia gelesen, die hatten wohl ne Versicherung abgeschlossen über diese Million und weil das nie einer gewonnen hat, haben die diese sehr teure Versicherung halt wieder gekündigt und kurz danach hat dann einer, sag ich mal, den Jackpot abgeräumt. Haha. Ja, das ist Karma, hätte dann mein indischer Kollege gesagt. Ja, Karma, genau. Das ist Karma. Kennen Sie das? Ja, kenn ich. Haha. Gibt es da ne Versicherung für sowas? Scheinbar, das hat mich auch gewundert. Nie gehört. Hehe. Ne Versicherung für sowas, Glückspiel. Aber man kann sich bei Ihnen vorher nicht versichern, oder? Wenn man da mit diesen Doggecoin... Also, bei uns, äh, Joachim kann man so, äh, sie kriegen einen kleinen Bonus von uns, die 100 Euro als, äh, ich sag so, bei 250 Euro Einzahlung der Kunde zahlt er 250 Euro auf ihrem Konto ein, also ihr Handelskonto. Von uns bekommt jeder neue Kunde, Startkunde, die 100 Euro im Bonus. Das heißt, sie haben die Konto schon von 350 Euro. Sollten die zunächst mal bisschen schief runter gehen, da sind ja erstmal 100 Euro drauf. Aber, äh, eine Sache muss ich sagen, es darf ja nicht schief gehen, weil von den Gewinnen, äh, Joachim, wenn wir Gewinne machen, den Kunden, davon haben wir erstmal die 2%, davon nimmt die Kompanie ein. Sonst haben wir nicht. Wir können selbst mit 1000 Euro starten, 10.000 Euro, die haben nichts davon, wir haben nichts davon, weil das ist nur der Einsatz. Der Gewinn ist ja, alles was drüber geht über die 250 Euro Einsatz, das ist der Gewinn. Ah, ich verstehe. Und davon haben wir die 2%. Das wäre dann ja schon mal eine meiner Fragen gewesen. Das heißt, da geht dann so eine kleine Provision für die, für die Firma runter, ja? Ja. Ja, 2% Max, 1 bis 2% von dem Gewinn. Ja, ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt modisch zum Beispiel, gibt's auf den Schlag 1.000 Euro, 1.000, ne? Gewinn. Davon sind 2% geht an die Kompanie. Ja, das ist ja legitim. Das ist ja nicht viel. Ja. So logisch. Ja, und wie gesagt, 2.500 Euro ist Startkapital. Der Kunde kann halt das Minimum starten. Die Account wird aktiviert damit, ne? Ja. Mit diesem Betrag. Sie haben die Einsicht auf PC, Laptop oder über ein Smartphone. Ja, klar. Ihren Account zu verfolgen, ja. Das ist eine automatische Software, ne? Die Trader ist auch da. Wir nehmen sie auf als Kunde, ja. Wer ist da? Was wollen Sie eigentlich beruflich? Sie sind der Account Manager. Der Broker. Er nimmt jetzt Kunde auf. Ach so. Jeder, jeder, jeder Kunde bekommt einen Service-Kollegen von uns, ne? Der ihnen zur Verfügung steht, solange sie bei uns natürlich mit den Trades Kunde sind. Jetzt die Frage. Was wollen Sie beruflich eigentlich? Ja, ich bin im Ruhestand, ja, ne? In Ruhestand schon. Also sind Sie schon im Ruhestand. Ja, ja. Ich bin 69. Oh, 69. Das ist schön. Ja. Finden Sie? Ich finde das nicht so toll. Ja, ich meine, irgendwann muss man genießen, oder ein bisschen. Wenn Sie gute Rente haben, dann können Sie ein bisschen noch gewinnigste paar Jährchen. Ja, ich sage mal, als Uhrmachermeister, sage ich mal, geht es einem im Alter schon nicht schlecht, aber ich bin halt schon mal fitter gewesen, ne? Ach so, meinen Sie jetzt mit 69 sind Sie nicht mehr so fit? Naja, nicht mehr so wie früher. Ja, früher bin ich falsch angesprungen, das will ich mich jetzt nicht mehr trauen, wegen den Knochen. Ich habe da mit dem Rücken so Probleme mal gehabt. Klar, das ist ja schade. Ich spiele auch Tennis, vielleicht mit 60, 65 werde ich auch nicht Tennis spielen können, glaube ich nicht. Ja, das ist die Frage. Wenn Sie, sagen wir mal, den Tennisarm vermeiden, ist das vielleicht möglich? Gut, Tennisarm, meinst du, ich bin so flott auf den Beinen wie jetzt? Jetzt bin ich bufsig, jetzt bin ich flotti. Das kann ich noch. Also ich hätte Sie jetzt von der Stimme her höchstens auf Mitte 30 gesetzt, also haben Sie sich schon mal nicht so schlecht gehalten. Oh, danke. Ne, sagen auch viele, auch vom Außen ein bisschen. Aber deswegen, ich habe jetzt nicht gedacht, dass Sie auch schon 69 sind von der Stimme. Aber wie gesagt, 50 bin ich ja schon, ne? Ja. Jetzt geht es noch. Aber wie gesagt, ich mag Tennis, Fahrrad fahren, Sport, Autos, also Sportautos, ja. Ja, mit Autos habe ich es nie so gehabt. Es war immer alles immer zu schnell. Aber da muss man für gemacht sein, ne? Ne, klar. Jeder hat halt das. Sag mal, der Uhrmacher, der liebt eher so die Ruhe, die Beständigkeit und das Gleichbleibende einerlei. Ich würde wahnsinnig werden, wenn das Auto schneller fährt, als ich denken kann. Ne, klar. Das wäre gar nichts für mich. Gut, Angel, Angel ist auch schön. Ja, in der Tat, das ist aber sehr, sehr gut für die Seele. Spannensport, Seele, ruhiger Sport, alleine für sich. Krabbensport? Das ist schön. Ne, äh, ich sag, äh, nein. Ich sag ruhiger Sport für die Seele. Ja, das stimmt. Ruhiger, ruhiger. Ja, das stimmt. Spannend, alleine für sich. Ja, ja, auf jeden Fall. Da geht einem keiner auf die Nerven, außer die Wasserschutzpolizei. Oder wenn der Fisch nicht anbeißen will. Ja, das ist ja dann die Frage der Geduld. Ob man die hat oder nicht. Ja, Geduld. Dazu gehört das ja, ne. Geduld zu diesem Sportangeln, da muss man schon Geduld haben. Ja, ja, sonst wird man da ja wahnsinnig, ne. Aber das ist ja bei uns, sag ich mal, in der Branche auch nicht an, wenn da, sag mal, die Kunden mit den verrücktesten Wünschen kommen. Ja. Da muss man ja auch gelassen bleiben. Ja. Anstatt zu sagen, sag mal, hast du einen am Sender, du Idiot. Das kann man dann ja auch nicht machen. Ne, ne, kann man nicht machen. Ich komme ja heute teilweise noch zu mir, weil sie meinen Nachfolger nicht mögen, obwohl ich schon gesagt habe, dass ich da nicht mehr zur Verfügung stehe. Aha. Ja, ne, manche haben die auch liebgewonnen. Ja, sicher. Ja, aber da sind auch welche dabei, da muss man mal ganz ehrlich sagen, zu denen bin ich nur nett gewesen, weil ich dafür bezahlt wurde. Ja, ja, musste man. Wenn dann da irgendwelche dabei sind, die da, sag ich mal, immer irgendwelche, sag mal, feindseligen Äußerungen tätigen, dann muss man ja sagen, ja, ja, ich tue mal so, als ob ich das nicht gehört habe. Ne, mach mal weiter. Und insgeheim sucht man schon sich den Stuhl aus, den man den auf den Kopf haut, am liebsten. Ja, das stimmt schon. Wie gesagt, in jedem Job hat man das positive und das negative wissen. Wie ist das denn bei Ihnen so mit dem Kundenfreundlichen? Haben Sie da, sag ich mal, bestimmt auch gute Erfahrungen. Oh, es gibt Kunden zum Beispiel auch, äh, die ich ja dann kontaktiere. Die Kunden haben sich schon registriert, ne? So, und dann, äh, ja, ich kann das alleine machen. Zu was halten Sie mich? Dabei muss ich mit den Kunden ja zusammen, ja. Ich muss ja zusammen den Handelskonto aktivieren. Nein, lieber Kunde, ich halte Sie nicht für dumm. Äh, es ist unsere Pflicht, mit den Kunden zusammen uns am PC oder Smartphone hinzusetzen für ca. 10 Minuten den Account zu aktivieren. Ja. Ansonsten, ja, ansonsten sind Sie ja nett. Gut, natürlich fragen die manche Kunden von A bis Z, ist auch richtig so, ne? Ja, na klar. Aber, äh, wir haben auch wirklich fitte Leute, wie zum Beispiel, ich habe letztens einen, äh, 83-Jährigen hergehabt und der war so flott am PC, ne? Der kannte sich da aus. Naja, das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Ist aber schön, wenn sich, jetzt wollte ich grad sagen, die alten Fithalter, ich höre schon dazu. Wichtig. Da war, äh, mein ältester Kunde war 83, ja. Das ist nicht schlecht. Und der sagt ja, ja, ich mach das mal Hobby, einfach so für meine Elternkunde, klar, ich hab das kleine Taschengeld noch. Ne, also klar, mit 83 hat er schon was angespart. Ich glaube, der war irgendwie auch selbstständig, irgendwie, ich weiß nicht, in der Firma Branche, was warst du mal mit? Ja, ja. Irgendwie... Und der kam da auch gut schon recht, sag ich mal so, von den Ergebnisszahlen, wenn Sie das sagen dürfen? Natürlich, wir dürfen, es ist ja schon, schauen Sie mal. Äh, klar, es gibt ja Kunden, die starten bei 250 Euro als Anfang, ne? Die wollen sich das mal anschauen. Ja. Gut, ein Selbstständiger, der, keine Ahnung, äh, Jahreseinkommen oder Selbstständiges, oder hat seine Million, der startet schon bei 5.000, 10.000 Euro, ne? Oh. Weil, äh, er gibt sich nicht zufrieden, wenn er 250 Euro startet und wenn er monatlich, zum Beispiel, so ne, 500, 600 Euro Gewinn macht. Was ist das, 500, 600 Euro für den Kunden? Versehen Sie mal. Naja, für den ist das nix. Ist ja nix. Wir haben Rentner, wir haben selbstständige Immobilienmakler, wir haben wirklich, ne, wirklich auch Top-Leute, natürlich, ne? Aber gut, wir haben auch eine Hausfrau, Beispiel. Die sagt, gut, ich will mit Bitcoin teilnehmen, ne? Bitcoin, hab ich, kann mir ein bisschen Geld gewinnen. Auch selbst mit 1.000 Euro im Monat wäre ich auch zu viel. Ja, gut. Haben wir auch solche Kunden. Tja, ja, jeder wie er es braucht dann halt, nicht wahr? Wie der auch kann, wie ein Satz, ne? Ja, natürlich, klar, bringt ja nix, wenn man sich da, sag ich mal, überhebt. Ja. Ah, mein ich. So, ich hab, ja mit, ja, ein bisschen privat darf ich schon reden, Hans-Joheim, aber gut, nicht so viel, weil, hm. Die Gespräche werden auch abgehört bei uns. Äh, die... Das ist doch verboten, dass er Gespräche abhören, ist das nicht verboten? Nein, die Firma zeichnet unser Gespräch auf. Wissen Sie, wenn Sie so jetzt, äh, Telekom anrufen oder so, dann sagt die auch die Ansage, wie sie... Das Gespräch wird aufgezeichnet. Haben Sie das nie mitbekommen? Ich ruf da selten mal an. Ach so, ja, okay. Es gibt so, so Service-Nummern, ne? Oder wenn man auch anruft, egal was, in Afrik-Telekom oder egal wo, Interview, die Gespräche werden aufgezeichnet. Das sagt ja auch die Ansage an. Na gut, dann will ich, dann will ich mal nix gesagt haben. Haha, bei uns ist das ja auch so, ne? Weil, klar, es geht ja schließlich auch um... Ja, wahres Geld. Es ist kein Spielgeld. Ja, na, das ist klar. Deswegen. Wie verbleiben wir? Starten wir! Was meinen Sie? Haben Sie schon überlegt auch? Ja, also ich wollte ja auf jeden Fall von diesen Dog-Coin was haben, ne? Ja, von den Dog-Coin. Ja, ja. Wie sie sagen wir. Der Dog-Coin liegt da, wie ich Ihnen gesagt habe, äh, Moment. Dog-Coin liegt bei 43 Cent. Ja, ja, der Maranda, der wird ja wieder mehr, wer denn, oder? Ja, logisch. Ich war mal, ne? Egal, auch wenn er zum Beispiel gut... Man weiß es nicht gut, äh, der Bitcoin, Sie wissen ja, der hat ja gestartet damals vor elf Jahren, ne? Bei elf Jahren mit 70 Cent. Ja. Der Bitcoin. Vor elf Jahren mit 70 Cent. Das höchste war bei 53.000. Ja, das ist schon ne, das ist schon ne hübsche Summe, ne? Wenn man das, wer das dann seinen eigenen nennen darf, ist das schon überachtlich. Deswegen sag ich schon, gut, der Dog-Coin ist auch, ja, mit 43 Cent, wieso nicht? Ist ne gute Geldanlage, ne? Es kann ja nur höher sein, niedriger niemals. Ja, ja, wie viele haben Sie denn da davon, von den Dog-Coin? Es ist ja so, äh, es ist ja so, Hans-Joachim. Äh, ich sag immer Hans-Joachim, weil die Vorderziege, ich mag den Namen irgendwie nicht. Ich kenn die, aber ich mag sie nicht aussprechen. Warum nicht? Ja, wenn ich sage Vorderziege, Herr Vorderziege, ne? Ja, warum nicht? Ja, weil, der Name ist mir nicht schön. Deswegen hab ich dich am Anfang gefragt, ist das wirklich ein Name, oder? Der Name ist nicht schön, sagt er. Wie heißen Sie mit Nachnamen? Stoyanov. Sascha Stoyanov. Habe ich jetzt nicht? Stoyanov. Stoyanov. Ist das Russisch? Stoyanov. Das ist Bulgarisch. Bulgarisch. Ja. Deutsch-Bulgarisch. Vater-Bulgarisch-Mutter-Deutsch. Ja, warum auch nicht, ne, wenn Sie sich geliebt haben. Vater hat sich Mutter kennengelernt, in Deutschland, schön. Ja, ist doch toll. Ja. Wo die Liebe hinfällt, sagt man ja nicht. Ja, man ist doch. Ja. Wunderbar. Wie läuft das denn jetzt? Absachbar. Es ist ja so, Herr Tsiach. Erstmal so. Äh. Die 250 Euro wird auf Ihrem Konto eingezahlt. Ja. Das ist Ihr Staatskapital. Wenn Sie jetzt sagen, Hans Tsiach, wenn Sie sagen, der Broker kommt sowieso. Wer kommt? Der Broker, der Account Manager wird Sie sowieso annehmen. Der kommt hierher? Der kommt ja nach mir. Der kommt ja nach mir. Nein, der kommt nach mir. Nein. Wollen Sie sich jetzt verarschen, Hans Tsiach. Jetzt hast du grad gesagt, der kommt zu Ihnen. Nein. Ich hab nicht gesagt, der kommt zu Ihnen. Ich hab gesagt, der kommt nach mir. Ach so. Kontaktiere Sie und der startet die Software. Mit dem können Sie ja alles absprechen. Dann, zum Beispiel. Wenn Sie jetzt sagen, Kontrastand wird Sie kontaktieren und Sie sagen ja, ja ich will die ganzen 52 Euro auf den Dockcoin einkaufen. Ja. Da krieg ich ja eine ganze Menge für. Dann machen Sie das. Muss ja auch nicht sein. Na doch. Sie können ja... Ja, Sie können doch den Triple. X-Triple mit 1,17 Euro. Können Sie 50 Euro einsetzen, oder nicht? Ich wollt ja schon den Dockcoin haben. Alles! Alles auf Dockcoin? Ja, ich mag den. Ja, aber wollen Sie alles auf Dockcoin setzen? Ja, der ist halt sehr günstig. Da krieg ich ja dann, sag mal, ein bisschen mehr für mein Geld, oder nicht? Natürlich können Sie machen. Das ist ja nicht verboten. Das können Sie, wenn Sie sagen, alles auf Dockcoin, ich kaufe für 43 Cent, dann für 25 Euro, wenn Sie alles setzen wollen, dann machen Sie. Aber Sie können doch den Triple, X-Triple für 1,16 Euro auch 50 Euro einkaufen. Ja, ich sage, wir können das schon ein bisschen aufteilen. Weil ich wollte da halt schon, wenn ich damit jetzt anfange, dann soll sich das schon auch lohnen. Ich wollte dann das schon ein bisschen was investieren. Dann sage ich doch. Ja, ich sage, wenn Sie doch investieren. Sie brauchen nicht nur auf einen Dockcoin, auf den Coin zu investieren von dem Dock. Sie können in den Cardano investieren. Die liegt bei 1,54 Euro und der X-Triple liegt bei Start 1,60 Euro. Dann können Sie doch diese 2 Coins starten. Ja. Das können wir schon machen. Ich verlasse mich da auf den Profi. Dafür habe ich sie ja. Ja, der Broker wird Ihnen das auch ansetzen oder einen Vorschlag machen. Ja. Deswegen, der Broker ist ja der Account Manager, der sich dann kontaktiert und der sich dann unterstützt. Er ist ja mit dem Service, er sagt ja zum Beispiel, wenn er sagt, gut die Tesla Aktie, morgen starten wir. Ich meine, Sie können nein sagen, aber wenn Ihnen der Vorschläge die Tesla Aktie zu starten, dann starten wir die Tesla Aktie. Beispiel. Ja. Also ist das dann verbindlich quasi, was der dann da anordnet? Oder wie verstehe ich das? Hans-Joachim, es ist ja so, Sie haben ein Startkapital. Und wenn wir jetzt sagen, die 2,50 Euro haben wir jetzt an diese 3 Coins gesetzt, ne? Ja. Und wenn Sie dann, wenn sich was an die Tesla Aktie tut. Oder Facebook, der schmeißt auch jetzt was raus. Das heißt Libra. Facebook. Kennen Sie doch Facebook. Ja, ja. Das habe ich auch, sag ich mal. Ja, und Facebook geht auch an die Börse. Ja, und Facebook will auch an die Börse gehen, an die Kryptowährungen. Ja. Und die schmeißen auch, das heißt Libra. Libra heißt das. Libra liegt gerade bei 98 Cent. Und wie du? Ich kenne nur Cuba Libre. Ja, Cuba Libre. Aber so schmeißt Facebook Libra, soll das heißen. Oder heißt schon Libra. Ja, und ist das auch gut? Schauen Sie mal. Ja. Man kann doch, wenn das doch minimal ist, wenn das jetzt 90 Cent ist. Können Sie nicht zum Beispiel 10 Stück Einkauf machen für 9 Euro? Naja, schon. Aber sag mal, wenn es halt eine bessere Möglichkeit gibt, würde ich natürlich die immer bevorzugen. Ja, aber man kann doch Libra, man kann, man kann nur 3, 4 Stück starten. Verstehen Sie? Man muss nicht an einer starten. Facebook ist auch angesagt. Auch. Für die Zukunft. Oder nicht? Das weiß man ja nicht, ob das nicht in Zukunft, was da passiert, ne? Ja, aber damals hätten Sie das auch gesagt, zum Beispiel, Sie müssen nicht so sehen. Damals, wo der Bitcoin kam, wenn jemand Ihnen das gesagt hätte, würden Sie das auch so sagen. Aber Sie haben doch ein Beispiel jetzt von dem Bitcoin. Verstehen Sie? Ja, das stimmt. Wir haben ja leider keine Zeitmaschine, ne? Sonst würde ich das, sag ich mal, ja noch ändern. Wie? Deswegen sag ich doch. Wieso kann man nicht Dockcoin starten? Wieso kann man nicht Cardano starten? Wieso kann man nicht Triplex starten? Wieso kann man nicht Libra starten? Wie heißt das? Cardano? Cardano. Ist das was Spanisches? Das weiß ich nicht. Das ist einfach nur ein Coin. Ja, das hört sich, sag mal so vom Linguistischen her, hört sich das Spanisch an. Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ja, ja. Das kommt mir Spanisch vor. Cardano. Müssen Sie bei Google reingeben. Sie geben jetzt bei Google Cardano ein. Ja, ich guck, ich mach das jetzt tatsächlich mal. Cardano mit CBC, sag. Ja, deswegen frage ich ja, das hört sich an. Cardano, schreiben Sie, schreiben Sie Cardano in Euro und dann kommt das raus. Zack. Cardano in Euro. Dann sehen Sie, was für ne, was für nen Wert der jetzt momentan hat, äh, Prozentsatz und wie viel der Marktkapitalisierung ist, der Volumen und Umlauf, Umlaufversorgung. Was kostet ihr zum Teil? 1,54 Euro. Also hier schreibt einer, äh, könnte 2022 einen Preis von 12 Dollar erreichen. Wer schreibt das? Wie heißt denn die Seite? De. B. In. Crypto. Com. Ach, der schreibt das. Die Seite schreibt das. Jaja, also. Ja gut, man sagt ja, dass der Bitcoin soll bis 2025 500.000 Dollar erreichen. So viel. Ja, also lesen Sie. Haha. Das ist ja ne Menge. Lese Sie. Geben Sie den Googlern. Ja, ist ne Menge. Man kann auch 100 Euro in den Bitcoin starten. Ja, aber da kriegt man ja keinen Bitcoin für. Oder kann man sich da auch so Bruchstücke quasi investieren? Bro, das, äh, Hans-Joachim, das sind doch Bruchstücke. Sie kaufen doch keinen Bitcoin. Das ist ein Bruchstuck. Sie können, sie können zum Beispiel 20.000 in die Hälfte von dem Bitcoin einsetzen. Da haben Sie 20.000 eingegeben. Ein 250 Euro ist ein kleines Bruchstück, sei ein Beispiel. Ich sag ja nur. Ja, aber ich wollte ja jetzt, sag ich mal, nicht nur 200 Euro da reinsetzen. Ich wollte ja richtig anfangen mit, soll sich ja auch rentieren. Ich weiß, Hans-Joachim, ich sag ja nur, Sie sind ein neues Startkapital. Wir öffnen ja den, wir öffnen ja den Account mit 250 Euro. Und dann kommen Sie zum Account Manager Broker. Er wird das Kunde aufnehmen. So, wir haben 250 Euro zur Verfügung plus 100 Euro Bonus. So, und dann starten wir. So, und dann sind Sie mit Ihnen am sprechen. Sie sind am PC. Er zeigt Ihnen die ganzen, was Sie jetzt, äh, äh, jetzt möglichst gesagt haben. Dann sagt er, ja gut, äh, logen wir uns in den Profil ein. Dann sehen Sie die ganzen Coins. Dann sehen Sie Bitcoin, Ethereum, Binance-Coin, Dockcoin, Cardano, Theta, Excel. Wie ich Ihnen gesagt habe, die ersten 10. Ja. So, dann starten wir. Dann sagen wir, gut, 25 Euro. Dann, was kann man gewinnen? Oh, gut. Nein, ich höre. Ich sag, ich setze jetzt 1.000 Euro. Beispiel jetzt. Oder 5.000. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, das stimmt. Meine Aufgabe ist natürlich, alles zu erklären und mit 25 Euro den Konto zu eröffnen. Nachher kommen Sie zum Account Manager, zum Broker, zum Fachexperten und dann starten Sie mit Ihnen. Ne? Ich kann ja so ein bisschen, jetzt habe ich mit Ihnen gesprochen, aber ein bisschen erklären. Wie gesagt. Das machen Sie auch sehr gut. Ja, danke. Wie gesagt. Ne, Dockcoin, äh, aber finde ich schön, dass Sie den Dockcoin kennen. Viele kennen den nicht. Na, dadurch bin ich, sag ich mal, ja auf dieses ganze Sematar überhaupt aufmerksam geworden, weil das immer bei Twitter immer irgendwas mit Dogge, Dogge, Dogge. Ich denke, weißt du, da ist ja irgendein berühmter Hund vielleicht verstorben. Ja, ja, ja. Dann habe ich mir das mal angeguckt. Ich konnte mir erst gar nicht vorstellen, wie sowas, sag ich mal, außerhalb. Hä? Ist die Leitung jetzt weg? Ne, ich höre Sie. Dann sind Sie wieder da. Ja. Ja, nee, ich habe auch jetzt gute Doggefreude. Ich denke, okay, gut. Aber die, äh, werde ich nicht sein? Ich weiß nicht, was das mit dem Hund auf sich hat. Ich weiß es nicht. Na, das ist wohl irgend so so ein Internetphänomen mal gewesen, weil der so blöd guckt auf dem Bild. Und da haben die wohl... Das ist wohl auch so ein ganz schön lange her. Da haben die wohl dieses eigentlich aus Spaß gemacht. Ja. Und jetzt ist halt ernst draus geworden. Ja, wer weiß. Das war auch damals. Ja, Bitcoin, Bitcoin, was ist Bitcoin? Aber wieso? Man hätte doch 100 Euro doch einsetzen können in Bitcoin. Was ist 100 Euro? Ich gehe zweimal essen mit meiner Frau und weg ist das, ne? Ja, die Frauen sind teuer, da sagen sie was. Ja, ja. Nicht nur Nerven, sondern auch Geld kosten die und zwar jede Menge. Ne, klar. Man hätte doch, wie gesagt, 100 Euro, zack, ne? Einfach das kaufen und ist egal. Wenn was wird, wird. Wenn nichts, auch gut. Aber, ne? Man hätte doch so 100 Euro, 100 Bitcoins kaufen können. Ja, wenn man es gewusst hätte, ne? Ja. Deswegen sagt man ja jetzt. Deswegen. Gut, Dockcoin. Das ist schön, dass Sie an Dockcoin irgendwie interessiert sind. Da steht ja, wie gesagt, wenn Sie jetzt auf dem... Ach so. Ich habe dich gefragt, was benutzen Sie zu Hause? Computer, Laptop? Beides. Ja. Okay, beides. Und wenn Sie jetzt auf dem Bildschirm... Haben Sie eigentlich im Dockcoin, dann sehen Sie ja. 0... 0,43... 63. Der Start momentan. Ja, ja. Ja. Deswegen ja. Wo wir jetzt schon gerade bei Google sind. Wie war denn der Name von Ihrer Firma nochmal? Das ist gar nicht mehr im Kopf. Ja. Sie bekommen sowieso meine E-Mail noch. Ach, Herr Hans-Joachim, das geht doch nicht einfach so. Natürlich. Ich kann auch sagen. Arocs Capital. Natürlich bekommen Sie meine E-Mail. Wie heißt das? Arocs Capital. Anton Richard Otto Xenna. Kapital dahinter? Kapital, genau. Mit cwc.com. Arocs Capital. Arocs Capital. Kann ich mir ja mal angucken. Wofür steht dieses Arocs denn? Oh, da kann ich jetzt nicht sagen. Arocs Capital ist einfach... Arocs Capital. Also da ist jetzt keine Abkürzung für irgendwas ganz Besonderes? Achso. Nein. Aber jetzt eine Frage von mir. Äh... Herr Joachim. Äh, so. Äh... Jetzt, wie gesagt. Ich hab Ihnen ein bisschen erklärt. Um die Einzahlung vorzunehmen, ne? Um den Handelskonto zu aktivieren. Wir müssen ja jetzt auf die Seite gehen. Dann können Sie den Link eingeben. Und dann machen Sie ja selber die Einzahlung auf Ihren... Sozusagen wir... Wir aktivieren Ihr Handelskonto, Ihr Account mit dem Startkapitel von 250 Euro. Also von dem Betrag. Und Sie bekommen dann einen Link von mir. Und benutzen Sie eine Visa oder Mastercard, um diese Einzahlung vorzunehmen. Das war jetzt grad ein bisschen schnell. Ich hab Sie nicht verstanden. Hans Joachim. Eine Frage von mir. Ja? Ja. Wir machen jetzt zusammen die Einzahlung. Ich will Sie auf die Seite jetzt. Ja. Sie geben mir gleich Ihre E-Mail, bekommen Sie einen Link. Und dann können Sie die Seite ja öffnen. Und dann machen Sie diese Einzahlung selber. Der Kunde macht ja die selber nur. Ich helfe Ihnen dabei, was Sie anklicken müssen. Oder wie Sie die Einzahlung machen. Ja. Auf Ihr Handelskonto. Also Ihrem Profil. Benutzen Sie eine Visa oder Masterkarte? Ich hab eine Masterkarte von der Bank. Masterkarte. Äh. Halt ich auf mich ganz kurz jetzt. Erstmal. Ich hab Sie gefragt nach Vor- und Zunahme. Haben Sie mir auch gesagt. Ja. So. Ihr Geburtsdatum war nochmal? Der 20.04. 63. Ja. 63. So. Pensionist. Okay. Exakt. Im wohlverdienten Ruhestande. Ja. Als Uhrmeister, sag ich mal so. Uhrmachermeister nennt sich das offiziell. Uhrmacher. Genau. Uhrmachermeister. Ja. Was haben Sie denn für eine Uhr? Also ich hab jetzt momentan eine Bulgari auf der Hand. Ist ja auch nichts verkehrt. Ja. Ist ja zwar auch keine Handarbeit mehr, aber qualitativ schon in Ordnung. Ist keine Arbeit, aber ist okay. Ist eine Chronograph. Ist ja. Ich mag eigentlich auch Uhren. Muss ich sagen. Ja. Und ja. Kann jetzt nicht so die ganzen Säuren da irgendwie so leisten, aber ist okay. Geht. Na ich sag mal. Das Leben besteht ja nicht aus Uhren. Ja. Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Frau. Da ist die Familie natürlich wichtiger als irgendeine Uhr am Handgelenk. Eigentlich ja. Deswegen ja. Klar. Man ist ja nicht alleine. Man ist eine gute Frau und eine Tochter. Oh schön. Ist ja nicht alles für mich. Ist ja alles. auch. Und die Familie gehört auch dazu. Ja eben. Alleine. Alleingeselle. Okay. Gut. Aber man muss auch an die anderen dann mitdenken. Ist ja logisch. Ja das stimmt. Und ich sag mal. Bei mir ist ja sag ich mal jetzt letztes Jahr meine Frau verstorben. Und ich wollte jetzt halt mal von dem. Von dem. Ja. Aber die ist ja sag mal auch selbstständig gewesen. Ja. Hat gut verdient. Wollte ich halt ein bisschen was investieren. Dass es sag mal. Mir und dem Enkelsohn halt auch noch gut geht. Das hat sie sich. Ah der Enkelsohn ist auch da. Ja ja. Der wohnt auch bei uns sag mal. Die Eltern und meine Frau. Die sind sag ich mal gemeinsam bei einem Unfall verstorben. Oh. Und jetzt hab ich den Jungen eben. Ach so. Wie alt ist der Junge? Der ist 15. 15. Hm. War jetzt auch nicht leicht. So mit Corona. So alle zu Hause. Ja jetzt. Ja. Und das dann alles nochmal nochmal so so machen wie in der Schule früher. Da bin ich ja gar nicht mehr so zu in der Lage muss ich sagen. Nimm ich klar. Ich hab ja mein Lebtag immer sag ich mal mit Kalkulator und Kassenprogrammen gearbeitet. Und jetzt soll man da plötzlich einem zwar nicht doofen Heranwachsenden. Aber man soll halt mal erklären. Wie macht man das denn alles von Hand überhaupt. Wenn man das selber nicht mehr kann. Ist das. Ist das schon eine Herausforderung. Ja. Auf höherem Niveau. Ja. Ich mein ich hab das alles irgendwie hinbekommen. Aber. Man kommt halt nochmal anders an seine Grenzen. Als man sich das sag ich mal vielleicht hätte vorstellen können. Ne. Schade. Sie sehen ja wie das Leben auch so einem jemanden so Streit spielt. Manche so Sachen passieren da fragt man sich warum so. Ne. Ist traurig so. Ja ja. Das ist. Schön war das nicht. Da würde ich nügen wenn ich das so bezeichnen würde. Nein nein. Um Gottes Willen. Das ist schade auch für den Jungen. Ja ja. Was soll man aber machen. Ja. Das ist ein taffer Kerl. Das ist ein taffer Kerl. Der kommt nach seinem Vater. Der nach seinem Großvater. Ja. Ich denke der kommt schon zu Recht. Aber es ist halt sag ich mal nicht optimal. Ja ja. Auch jetzt wie ich sagen. Ihre Frau ist jetzt verstorben. Ich meine. Wie alt war die jetzt? 66? Ja ja. Die war nicht alt. Die war fünf Jahre jünger als ich meine Frau. Sehen Sie fünf Jahre. Das ist doch kein Alter. Man soll leben bis 80, 85. Keine Ahnung. So nach dem Motto. Naja. Also ich hab mir auf jeden Fall will ich nicht irgendwann sag ich mal da sag ich mal Elend im Bett verrecken. Ich hab mir ja früher hab ich ja immer. Ich bin ja sag mal übers Militär erst ins Uhrmacherwesen gekommen. Ja. Früher hatte ich ja mal so den Traum sag ich mal den Heldentod zu sterben. Aber wenn man da mal ein bisschen älter wird dann merkt man dass das Schwachsinn ist. Ja ja das stimmt. Wenn man älter wird dann denkt man ein bisschen anders. Wenn man mal guckt wie es jetzt gerade in sag ich mal in äh in Israel wieder abgeht. Ne da will man ja nicht dabei sein. Ja. Jetzt vor kurzem auch wieder äh bombardiert alles ne. Oh lieber Scholle. Ja eben ne. Da will ich ja. Kein Film. Ne ne. Kein Spielfilm. Das ist nicht Söhn. Ne. Ist kein Spielfilm sag ich mal so. Ne ne. Was man so in Spielfilmen sieht. Ne real. Das ist das doofe in Anführungszeichen ist halt die meisten Leute sehen das nur im Fernsehen ne. Ja ja. Und da da fällt dann halt der sag mal der real physische Bezug dazu. Ja ja. Das ist ganz anders wenn man da vor Ort ist und so diese jaueren Menschen. Also wenn man in Fernsehen das sieht. Ja ja. Da kann man froh sein dass man da nicht hautnah dabei ist. Ne ne. Ach ja. Gibt's Schlimmer. Äh Schöneres hätte ich fast gesagt. Gibt's Schlimmeres. Ja. Aber viel würde mir da nicht einfallen. Stimmt. Ach ja. Was soll man machen. Klagen hilft ja auch nicht ne. Ja. Man muss irgendwie versuchen dann weiter zu gehen in das Leben. Ja mein. Mein Großvater hat immer gesagt. Was willst du machen. Schießen darfst du nicht. Ja. In dem Fall könnte man's zwar. Aber das löst das Problem ja auch nicht ne. Hm. Tja. Also es ist ja eine sehr ansprechende Musik. Können Sie mir mal die Playliste zur Verfügung stellen. Äh. Äh. Das sind die äh. 80er Jahren Discomix. Ich weiß. Das ist ja so ein bisschen meine Zeit gewesen. Das ist ja schon mal schon schön da. Ihr könnt glatt mitsingen. Ne. Ist bisschen so. Ja. Ist schöne Musik so. Die 80er. Gibt's auch 70er. Sie kennen doch Youtube ne. Gibt's ja alles auf Youtube ne. Ja ja. 60er 70er 80er und da ist das angenehm bisschen. Ja. Darum fragte ich ja nach nach einer Playliste. Da hat mir mein Enkel mal ein bisschen was zusammengebaut. Ja. Das läuft quasi immer nebenher. Ne. Deswegen ja. Sag mal. Sie wissen. Youtube ne. Wenn sie Youtube haben. PC Laptop. Anschließend noch schöne Anlage. Und dann. Auf Youtube können sie alles finden. Klassiker. Mozart. Disco. Bob. Auch wie gesagt. Die 60er 70er Jahre. Ist angenehm. Das ist in der Tat. Wie gesagt. Ich bin ja. Sie sind ja knapp 20 Jahre älter als ich. Ja. Gut. Wir sind ja irgendwo da. Ist so. Ich bin ja 70. Das einzige was halt manchmal ein bisschen lästig ist beim Playlists anhören. Ist wenn da Werbung beiläuft. Aber man muss ja auch sag ich mal die Künstler unterstützen. Sonst könnten die das ja gar nicht kostenfrei zur Verfügung stellen. Ja. Wenn man da dann die. Die Kommentare liest. Bei einer. Bei einer Aktion. Die sag ich mal. Knapp eine Stunde geht. Ja. Dann ist da drei. Vier Mal Werbung drin. Für 20. 30 Sekunden. Und die Leute da drunter scheißen sich ins Hemd. Als hätte man sie halb vergewaltigt. Das zwingt einem ja keiner das anzugucken. Das stimmt. Sehen sie. Das ist halt. Die Werbung muss ja sein. Ja eben. Sagen wir. Von nichts kommt nichts. Kommt halt immer auf. Aufs goldene Mittelmaß. Darf natürlich nicht zu viel sein. Dass die Leute sich genervt fühlen. Aber sag ich mal. Genau. Das ist halt auch bei jedem anders. Die Toleranzgrenze zur Frustration im Prinzip. Ja. YouTube sagt jetzt zum Beispiel wenn sie gratis möchten. Sie können einen Monat gratis testen. Ohne Werbung. Ja. Und dann gibt es ja. Dann nehmen die. Keine Ahnung. 5 Euro Monatisch. 5 Euro Monatisch zahlen. Dann haben sie keine Werbung unterbrechen. In den YouTube. Ja ja. Und sag ich mal. Und wenn man dann. Ich sage ich mal. Videos von. Von Künstlern anguckt. Dann kriegen die da trotzdem was für. Also es ist eigentlich so. Ja ja. Ein ganz guter Deal. Aber man muss halt das Geld auch erstmal haben. Es gibt ja auch. Ja. Muss man ja ehrlich sagen. Menschen die das nicht haben. Gerade jetzt in Corona. Muss man ja gucken. Ja. Wenn man bleibt. Und da würde ich das halt auch keinem übel nehmen. Der dann sagt. Nee. Da habe ich das Geld nicht für. Genau. Da muss ich mir ja zum Glück keine Gedanken drüber machen. Ja. Ordentlich klar. So. Hans Joachim. Wir müssen ein bisschen weiter kommen. Na klar. Weil sonst kriege ich einen drauf. Nee. Das soll ja nicht sein. Das soll nicht sein. Dann sagen sie Bescheid. Ich slag zu. Ich habe zwar Hände wie ein Eichhörnchen. Aber ich habe 30 Jahre Kraft Mager gemacht. Dann helfe ich ihnen. Ja. 30 Jahre. Ja. Das ist auch schön. Ja. Man muss sich ja zu wehren wissen. Ja. Stimmt. Es gibt ja. Es gibt ja. Es gibt auch so. Bad Menschen. Sag ich mal. Schlechte Menschen. Bad Menschen. Bad Menschen. Schlechte Menschen. Menschen. Schlechten. Schlechte Menschen. Schlechte Menschen. Schlechte Menschen. Schlechte Menschen. Nein. Ja. Ja das würde ich sagen. Das Englisch steht. Dem bin ich ja auch mächtig. Warum ich da nicht so drauf eingestellt. Wir guys! Naja. Es tut ja schon. Die Wange weh! Darf ich Ihre E-Mail erfahren? Noch mal. ja. vorderziege at gmail.com Moment, okay. Vorderziege at gmail. Ah, gmail erst mal. Aber der erste Mal vorderziege, dann at gmail.com Ganz kurz, ohne nichts. Okay, gmail. Ja, das ist ja, wie Sie schon festgestellt haben, kein allzu häufiger Name. Da gab es ja keine Probleme, dass ich da, sag ich mal, nicht meinen Wunschkürzel haben konnte. Ne, das stimmt. So, dann schicke ich Ihnen kurz einen Link an Jachim, ganz kurz, bitte. Ja. So, äh, erst mal Ihre E-Mail-Mutschi eintippen. So. Sekunde. Gibt es da Probleme bei, irgendwie? Nein, nein, nein. Ach so. Ich muss erst mal, ich muss Ihnen erst mal, wie gesagt, die E-Mails zusenden. Sekunde. Es klang gerade so, als ob da irgendwas nicht so in Ordnung wäre. Nein, nein. Ich hätte ja gerade Lust, in den Disco zu gehen, bei der ganzen Musik da. Ja gut, man kriegt ja manchmal auch ein Appetit ein bisschen drauf, sag ich mal so. Wie ist das denn, wenn man das den ganzen Tag hört? Wird man da irgendwann blöd in der Murmel oder mögen Sie das wirklich selber auch? Ja, wir tun das auch, wir tun das ja auch ein bisschen, äh, auch umändern, die Musik. Ja, das möchte ich. Wir müssen es schon ein bisschen ändern, weil das ist ganz schön, schwimmt man die Woche, ne? Nee, nee. Aber trotzdem, da muss man ja, muss man ja schon gucken. Das hatten wir im Betrieb immer, da lief immer derselbe Radiosender und da haben die Radiosender das ja so an sich, je weniger Arbeit man macht, desto mehr Geld verdient man. Jeden Tag von früh bis spät mit minimalsten Änderungen immer die gleiche schreckliche Musik. Ja, nee, man soll schon ein bisschen machen, klar, ein Moment dann, ne? Also gut, Radio, okay. Zum Glück gibt es jetzt YouTube, da kann man wirklich, äh, in Sekunde kann man das umändern, was man hören will, ne? Bisschen... Genau. Klassik, bisschen Pop, bisschen Harmoniemusik, so schön für die Seele, ruhiges, was, ne? Bisschen Comedy noch dazwischen. Ja. Genau. Haben Sie einen Lieblings-YouTube-Kanal? Nein, eigentlich, ich höre alles so. Kein, kein Kanal. Was ich hören will, jetzt, egal ob jetzt, wie gesagt, die wilden 80er, jetzt das neueste, irgendwie, oder die Dream-Musik, jetzt Elektromusik, also ich höre eigentlich alles, außer Hardrock und jetzt so Mozart, also das, äh, soll ich sagen. Ja, wobei der Walküren-Ritt halt schon erwähnenswert ist, aber wenn Sie das nicht mögen, ne, das ist ja, ist ja jedem freigestellt. Ne, klar. So, jetzt sende ich Ihnen ganz kurz, äh, die, den Link. Bei der E-Mail, ja? Ja, auf Ihre E-Mail. Jetzt nur mal mir bestätigen, ob Sie die E-Mail bekommen haben. Also der Absender ist, das bin ich ja, Sascha Stoyanov, meine E-Mail. Schauen Sie bitte in Ihre E-Mail nach. Ja, ein Moment. Ja, aktivisieren Sie, erfrischen Sie. Ach, diese Musik. Zu dem Lied habe ich als mit meiner Frau getanzt. Echt? Ja. Oh. Sehen Sie? Jetzt kommen ein bisschen Ihre Erinnerungen. Ja. Sie sind aus London? Wir sind, äh, hauptsächlich in London. Das ist ja interessant. Hauptsache es ist in London. Ansonsten sind wir in Hamburg, wie gesagt, das habe ich Ihnen gesagt. Österreich, Schweiz, Wunderbass, ansonsten. In welchem Stadtteil von Hamburg sind Sie denn? Da bin ich früher geschäftlich oft gewesen. Das ist auch eine sehr schöne Stadt. Ja, das ist jetzt, äh, irgendwo dann den Donau, aber ganz genau weiß ich jetzt nicht, weil wir sind gerade zwei Monate hier, ne? Ach so. Vorher war ich, äh, in München. In München? Jetzt bin ich versetzt worden. Ja, jetzt bin ich versetzt worden. Schau mal, dann müssen Sie ja umziehen mit der Familie. Ja, das ist jetzt nur arbeitstätig, ne? Also vom Montag bis Freitag. Aber pendeln Sie dann zwischen oder wie machen Sie das? Ne, wir bleiben, ich bleibe erst mal zwei Monate fest hier, ne? Weil wir sind jetzt versetzt worden. Wir haben auch, äh, auch eine Schulung gehabt, ein Meeting, ne? Ja. Und für zwei Monate bin ich erst mal hier. Ach so. Ansonsten, ja. Das heißt, Sie sind jetzt, sag ich mal, in München weiter wohnhaft und müssen dann, äh, sagen wir mal, wochenweise. Das wäre mir ja zu stressig. Ja. Einmal im Monat, sag ich mal so, dann, äh, nehme ich noch den Freitag frei, ne? Ja. Und dann habe ich Freitag, Samstag, Sonntag. Ansonsten, ja, die zwei Monate kann man ja noch irgendwie auslachen. Na ja, solange die Familie nicht darunter leidet, ne? Das ist uns ja das Wichtigste. Ah, es ist ja jobmäßig. Jetzt bin ich auf längere Zeit, dass man sagt, jetzt sechs Monate, zehn Monate, das wäre schon, ne? Das soll ja nicht sein. Nee, auf keinen Fall. Haben Sie die mir bekommen? Ja, ja, da stand ja die Adresse drin, darum habe ich ja gefragt gehabt. Nee, deswegen ja. Äh, die mir haben sie ja. Und jetzt haben Sie einen Link bekommen, das ist ja die RHG Partners. Ja. Wenn Sie bitte dann drauf anklicken. Das ist ja eine ganz andere Seite, als wir uns jetzt eben angeguckt haben. Die Rx Capital, das ist ja unsere Handelsplattform, das ist Ihr Account. Hier machen wir nur die Einzahlung für die Kryptowährungen. Ach so. Das ist alles so spannend bei Ihnen. Das ist ja die Einzahlung. Die Einzahlung machen wir sozusagen wie einen Einkauf, sage ich mal so. Und dann wird das ja auf Ihren Handelskot ja gut geschrieben, den Startkapital. Und daher erkläre ich Ihnen das ganz kurz, obwohl Sie den Account Manager haben, mit dem Account Manager werden Sie sich natürlich einlogern. Und das ist immer einlogern, das ist immer Rx Capital, zum Beispiel, ich sage, das ist auch viel schneller, aber wie gesagt, das bekommen Sie ganz genau von den Account Manager zugeteilt. Der wird Sie auch bitten am PC. Das ist immer Rx Capital, dann kommt die E-Mail-Adresse, Passwort, und dann sind Sie schon eingeloggt auf Ihren Profil. Da, wo die Kontrobewegungen sind. Wie ist denn das Passwort? Nee, hier brauchen Sie jetzt erstmal kein Passwort. Das ist komischer Galsch. Erstmal hier. Haben Sie jetzt den Link angeklickt? Ja, das habe ich getan. Ist das jetzt bei Ihnen auf Deutsch? Nee, das ist auf Englisch, aber das ist, sage ich mal, kein Problem. Ach so. Normalerweise muss es eigentlich komplett auf Deutsch, aber gut, bei Ihnen ist das schön, dass Sie jetzt ein bisschen Englisch irgendwie damit klarkommen. Ich kann Englisch Friese sprechen. Ah, das ist schön. Ja, weil ich das jetzt hier auch gerade auf Deutsch habe. Sie haben jetzt RHG-Partners auf Deutsch. Was können Sie denn für Sprachen? Also, ich kann Deutsch. Ja, das ist ja... Ich kann Schulenglisch. Ja. Ich kann Spanisch. Ja, und das was? Na, das ist doch eine Menge. Ja, geht. Na ja, können oder nicht, ne? Sind Sie jetzt auf der Seite? RHG-Partners. Ja. Steckt Select Your Currency. Das wäre ja Euro sinnvollerweise, was? Ja. Aber Sie müssen ja gucken hier. Moment, ganz kurz. Bei mir steht alles auf Deutsch. Moment. Sekunde. 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 Siege? Siege? Hallo? Sekunde. Sekunde. Ja. Ach, wie? So. Bei Ihnen steht das auf Englisch, ne? Herr Jürgen? Ja. Reden die Leute im Hintergrund da über mich? Ich habe gerade meinen Namen gehört. Nein, weil ich ja auf dem Profil bin und die sollten mir helfen, weil es ja auf, äh, Sie, sagen wir mal, das auf Englisch, ich habe das auf Deutsch. Ich meine, Englisch ist ja nicht so mächtig. Ja, ja. Also Currency ist das, ist das englische Wort für Währung. To Select heißt auswählen und Euro ist halt du in dem Fall oder ihr. Ja, aber wir müssen hier bei Kategorien gehen. Ja, ja. Oben, wo RHG-Partner steht. Das sage ich ja. Oder haben wir uns als falsch verstanden? Hallo? Sekunde, bleiben Sie kurz in der Leitung. Ja, ja. Ja. Bei mir steht das ja auf Englisch, weil wir haben das, wir haben das nicht auf Deutsch umgestellt. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ja, aber... Soll ich das mal stellen für Sie? Ich kann Ihnen das auch übersetzen. Ja, aber ich weiß ja nicht, weil steht oben drüber steht Kategorien. Jetzt weiß ich nicht, wie das auf Englisch heißt. Oben rechts in der Leiste. Na, ich kann Ihnen das ja mal vorstellen. Da steht Home, Categories, All Products, Information und Contact Us. Und dann steht da noch Help und Delivery. Hilft Ihnen das weiter in gesteigertem Maße? Moment, um... Haben wir bitte? Du hast nicht verstanden. Hans-Joachim, oben rechts in der Ecke, da steht ja RHG Partners. Dann steht ja, äh... Nee, Sie müssen das auf Deutsch umstellen. Klicken Sie das auf Deutsch. Nee, nervieren wir mal... Was? Was sagt er? Müssen Sie auf Deutsch umstellen. Warum denn? Ich komme da gut klar mit, das ist kein Problem. Wirklich nicht. Aber will Deutschland sagen, dass Sie Kategorien eigentlich anklicken sollen? Ja, sagen Sie mir welche und dann drücke ich da drauf. Das ist doch kein Problem für mich. Ja, aber oben rechts in der Leiste. Bei mir steht Kategorien. Jetzt weiß ich nicht, was das auf Englisch heißt. Ja, Kategorie. Wird genau so gesprochen. Okay, klicken Sie bitte drauf. Ja. Hab ich gemacht. Ja, jetzt... Bei mir kommt das auf Deutsch. Da müssen Sie das zweite... Ja, da kommt MT4, automatischer Roboter und da drunter steht Indikator. Ich übersetze das jetzt. Ich übersetze das jetzt einfach mal für Sie. Genau. Ich will Ihnen das ja auch nicht unnötig schwer machen. Ich bin ja ein hilfreicher Ziel. Ja, ja, deswegen... Das ist nett von Ihnen. Deswegen bin ich ja bis jetzt in Nervosität gekommen, weil das bei Ihnen auf Englisch ist und auf Deutsch. Und ich hab ja alles auf Deutsch. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Einmal tief... Einmal tief einen ausatmen. Ist alles in Ordnung, ja? Okay, alles klar. Alles bestens. Dann klicken Sie das zweite... Sie müssen jetzt nur gucken, dass Sie nicht in Panik verfallen. Sie zeigen jetzt ja im Prinzip gerade Anzeichen von einer Panikattacke. Sie dürfen das jetzt nicht über sich kommen lassen. Einfach ganz ruhig weiteratmen. Ja, ich bin ja verergered, weil Sie das auf Englisch schreiben und ich hab das auf Deutsch. Wenn ich mein Englisch... Wir haben andere Abteilungen, die auf Englisch sprechen. Ich spreche ja nur Deutsch. Mit Deutschkunden. So wie mit Ihnen. Ja, ja. Aber gut, Sie können ja bis Englisch. Also bitte das zweite anklicken. Indikator. Schweinchen. Das zweite. Ja. Indikator. Also klicken. Habe ich gemacht. Gesundheit. Danke. So haben Sie gemacht. Ja, natürlich. Hallo. Hallo. Sie ist ja weg. Ich bin ja da. Ah. Jetzt unten scrollen. Unten scrollen. Unten scrollen? Ja, ganz unten. Unten. Ja. Ja. Und da? Jetzt steht da. Moment. Ich muss jetzt selber hier gucken. Also. Sogar. Sogar. Da steht S-Guard auf Englisch. Ja, das heißt quasi in den Einkaufswagen hinzufügen. In den Warenkorb. Genau. Genau. Anklicken bitte. Sie können das doch. Wir müssen mal ein bisschen Vertrauen in sich selber haben. Sie können das ganz gut. Ja, weil ich auf einen anderen Monitor gucke. Bei mir auf Deutsch und auf den anderen ist es Englisch. Was soll ich denn jetzt in den Indikator packen. Was soll ich denn jetzt in den Korb packen? Den Indikator, ja? Äh. Ja, sie haben jetzt den hier zum Einkaufswagen hinzufügen. Ja. Da steht, äh. Aber welcher? Welcher? Edgar. Das sind ja verschiedene. Nee, nee. Sie haben ja davor. Sie haben ja in den Warenkorb angeklickt. Ganz unten. Ja, sollte ich jetzt diesen Roboter oder den Indikator nehmen? Weil da gibt es ja jeweils vier verschiedene Möglichkeiten. Darum frage ich so blöde. Nein, nein. Nein, nein. Nicht welche vier. Nein, nein. Ganz unten. Nur ganz unten. Da gibt es den Warenkorb. Ja, ja. Aber ich habe hier, sag ich mal, vier Möglichkeiten zur Auswahl. Nee, nee. Das nicht. Nicht die vier Zahlen. Nee, das nicht. Das nehmen wir gar nicht. Ja, dann bin ich falsch. Dann bin ich falsch. Nee, nee. Sieht ihr falsch. Ganz unten. Unten steht, unten links steht in den Warenkorb. Auto Indikator 250. Ja. Thornton Future. Das. Genau. Dann unten steht in den Warenkorb. Anklicken bitte. So machen wir das. Genau. Und dann steht da zum Einkaufswagen hinzufügen. Add to cart. Oder wie das heißt. Ja. Ja. Bitte anklicken. Aha. So. Habe ich gemacht. So. Jetzt oben scrollen. Dann oben rechts ist so ein Einkaufswagen. Warenkorb. Ja, da steht jetzt eine rote Eins dabei. Genau. Genau. Bitte anklicken. Ich bin gut, nicht wahr? Lachen Sie mich aus. Anklicken. Jetzt steht da unten rechts. Check out. Auschecken. Check out. Haben Sie mich jetzt gerade ausgelacht? Nein. Nein. Ja, schon wieder. Ich höre das doch. Nein, weil der Kollege sagt mir, wie das auf Englisch heißt. Auf anderen PCs. Ach so. Weil ich habe das auf Deutsch bei mir. Warum denn? Können Sie kein Englisch selber? Ja, nur Schulenglisch. Normalerweise. Wir kontaktieren die Deutschkunden. Deutsch ist ein Schweizer. Die Englischleute weltweit. Dann werden natürlich das Englische gesprochen. Dazu bin ich nicht so mächtig. Ach so. Deswegen. Also wenn Sie da bedanken. Ich habe jetzt ja wegen Corona, sage ich mal, sehr viel Tagesfreizeit. Ich würde Ihnen anbieten, Ihnen das beizubringen, wenn Sie da Interesse dran haben. Ja, aber wie soll man das machen? Ich bin ein sehr geduldiger Lehrer. Das geht ja alles per Video und so. Kann man das machen? Ach ja, geht das. Ach so, kann man das auch per Video machen? Ja, das ist aber Sprachunterricht richtet sich ja hauptsächlich über das Hören. Ja, das ist ja schön. Ja, Corona-Zeit ist ja so Schulzeit jetzt über Video. Eben, ich bin da, sage ich mal, wegen meinen hier wohnhaften Enkelsohn ja quasi sowieso schon wie so ein Lehrer geworden. Also die ganze Technik, die haben wir im Prinzip ja vorliegen hier. Ach so, das ist ja schön. Das ist ja alles vorhanden, sage ich mal, von der Webcam bis zum... Ja, nee, die E-Mail-Adresse habe ich ja. Ja, auf jeden Fall. Und dann können wir gleich was machen. Halt, wir dürfen das nicht einfach so stehen lassen, wenn wir schon dabei sind. Das Angebot steht, nee, das da, da halte ich auch mein Wort. Nee, nee, deswegen ja, weil wir müssen jetzt ausstecken, dann klicken, wir dürfen da nicht Stopp machen, weil wir angefangen haben. Dürfen da nicht Stopp machen? Ach so, weil Sie wollen weitermachen, meinen Sie ja natürlich. Ja, deswegen ja. Ausstecken bitte anklicken. Und da kriege ich jetzt Doggecoin für 250 Euro, ja. Wenn Sie mir alles an den Doggecoin setzen wollen, dann ja. Das bereden Sie mit dem Account Manager. Ja, aber ich wollte ja eigentlich ja mit mindestens mit 1000 anfangen. Ich würde das dann aufteilen zwischen denen, was Sie mir da... Ich habe mir das aufgeschrieben, hier irgendwo in meinem Zentrum Wirrwarr, was Sie mir da alles genannt haben. Und dann würde ich da im Prinzip, da, sagen wir mal, die Finanzmittel partiell aufteilen. Ja, aber ja, bei mir starten Sie bei 250, wir aktivieren den Kontrastand mit 250. So, mit dem Account Manager, wenn Sie dann in Verbindung kommen, wir machen ja, ab Montag machen wir einen Termin, er wird Sie kontaktieren, Sie als Kunde aufnehmen und dann können Sie mit dem besprechen, wenn Sie sagen, gut, mein Kontrastand ist 350 Euro, ich tue jetzt noch 1000 Euro dazu und von diesen 1000, 350 Euro will ich aufteilen. Verstehen Sie? Ja. Aber jetzt starten wir mit 250, es geht nicht anders. Wir müssen den Kontrastand eröffnen. Und der teilt das dann auf für mich, oder wie funktioniert das? Ja, Sie machen das zusammen. Sie machen das zusammen. Ach, der führt mich dann da durch, sozusagen. Ich dachte, wir dürfen, aber ich darf nicht, wir haben jetzt angefangen, aber hier, wir dürfen das, ich muss das jetzt mal zu Ende jetzt machen mit denen. Ja, aber warum? Das. Ja, aber wir haben dann angefangen, den Account zu aktivieren. Verstehen Sie? Achso, der ist ja noch gar nicht offen jetzt. Ich dachte eben. Nein, deswegen ja. Also steht da aufstecken, wir müssen das fortfahren. Ich kann nicht einfach jetzt Stopp machen. Ja, ja, da steht Checkout. Ja, klicken Sie drauf bitte. Ja. So, und da können Sie ganz kurz bitte die Namen, Nachname, E-Mail, Adresse, Telefonum eingeben, die Felder ausfüllen. Ja, das kann einen kleinen Moment dauern. Nein, kein Problem. Wie gesagt, wenn wir angefangen haben, mit den Kunden den Account zu aktivieren, dann müssen wir erstmal bei der Sache bleiben. Ja, ja, das ist ja nicht potenziell schlimm. Ich habe nur letzte Woche mit dem Fahrrad gestürzt und habe mir die Hand verletzt. Ich bin da nicht so schnell gerade mit den Tippen. Achso, ja, nee, ganz langsam bitte. Ja, natürlich. Ich habe ja nicht gesagt, wir müssen schnell tippen. Ich habe nur gesagt, dass wir es beenden müssen, weil wir gestoppt haben und weil wir wieder gerät haben. Beenden? Wollen Sie jetzt auflegen? Nein, Sie haben das erbettet, indem Sie was, Sie haben nicht weitergemacht, den Account. Achso. Verstehen Sie? Ich dachte schon, Sie wollen nicht mehr mit mir reden. Nein, ich kann mich einfach an den Kunden auflegen, Hans-Joachim, um Gottes Willen. Ja, das hätte mich jetzt ja auch gewundert, darum frage ich also konstaniert. Nein, nein, ich habe ja nur gesagt, dass wir es beenden müssen und dann, wenn Sie noch Fragen haben, reden wir ansonsten, ich erkläre dann ganz genau, wie wir am Montag weiter vorfahren. Verstehen Sie? Ja, vorfahren. Ja. So. Da noch die Postleitzahl, muss er auch rein, ja, das sehe ich richtig? Genau, Adresse, Postleitzahl, Zustand verletzt oder getrennt oder getrennt leben. Was ist denn da, ist er verwitwet, soll ich das da jetzt reinschreiben? Ja, oder so, ja. Ja, muss ich jetzt, ja, ne? Ja. Leider. Bleibt mir ja nicht viel übrig. Ich wäre dann soweit. Jetzt, äh, die Währung, das ist ja Euro, ne? Bitte? Wie bitte? Was haben Sie mich gefragt? Die Währung. Ja, in Euro. In Euro. Ja. Und das, das geht jetzt per Überweisung, oder wie war das? Nein, Sekunde. Sie haben doch, äh, wie weit sind jetzt, äh, Sie haben die Felder ausgefüllt? Ja, ja, ich hab das da eingetragen, wahrheitsgemäß. So, jetzt, äh, gut. Äh, Adresse, Postleitzahl, Zustand, Stadt, Land. Jetzt unten Rechtsschritt, Zahlen. Noch mal? Äh, wo, hier? Ach, Währung haben Sie, äh, Währung haben Sie, äh, ausgefüllt in Euro. Ja, ja. Also Euro. Obwohl, ich hab das ja auf Englisch gestellt, dann muss ich da jetzt ja Dollar eingeben, oder? Nein, wir sind im Euro, Dollar, wir sind nicht in Amerika, wir arbeiten noch nicht mit Dollar. Na, hätte ja sein können, da im Finanzwesen. Nein, nein. Nein, Hans-Joachim, nein, das ist auf Englisch, bei Ihnen ist das auf Englisch, aber, weil, das heißt doch nicht lange nicht, dass wir, wenn das auf Englisch steht, dass wir auf Dollar, äh, in Euro, bitte in Euro umstellen, Währung. Ja, das hätte ja sein können. Hey, Mensch, Currency in Euro, bitte. Ja. So, und dann unten Restschritt, Zahlen und das Pay. Ja. Pay, bitte anklicken. Ja. Ja, und jetzt haben Sie, äh, glaub ich, äh, die Daten, die Kartennummer, Ablauf. Ja, von der, von der Sparkasse jetzt, ja. Ja, von dieser Visa oder Masterkarte, was Sie haben. Nee, das ist von der Sparkasse, die Karte. Nee, das muss eine Visa oder Masterkarte haben, habe ich dir am Anfang ja gefragt. Nochmal, bitte? Hans-Joachim, ich habe dich am Anfang ja gefragt, haben Sie eine Visa oder Masterkarte? Visa oder Masterkarte müssen Sie haben und dann die Daten eingeben und diese Einfragen davor nehmen dann. Und dann ist das in zwei Minuten, ist das ja aktiviert dann. Also mit der Sparkasse geht das gar nicht? Sparkasse, ja, aber Visa oder Masterkarte? Nicht, dachte jetzt, ich überweise das dahinten, dahinten bei Ihnen, oder geht das nicht? Nee, nein, Sie überweisen das nicht bei uns, sondern Sie machen dann die Einzahlung auf Ihrem Konto, die 250 Euro. Nicht an uns. Oder weiß ich was anderes. Ja, da habe ich das falsch verstanden. Da muss ich jetzt mal eben, ich nehme Sie mal kurz mit in der Tasse vom Hemd. Ich muss mal gucken, wo ich meine Karte habe. Die braucht man ja in Deutschland nicht so oft, weil hier ist ja das, das, sag ich mal, Überweisungsverfahren ein bisschen, ein bisschen verbreiteter als in Amerika drüben. Ja, aber Online-Banking ist gut. Viele machen auch von zu Hause, vor allem jetzt Corona. Und viele machen auch die Einzahlung, wenn man es bestellt, egal ob das Essen nicht, kann man auch über Internet bestellen, wie so eine Masterkarte, die Einzahlung ja vornehmen. Ja, ich nehme da halt immer die Bankkarte, weil ich sage, wenn ich eine Kreditkarte in die Hand nehme, das kostet mich ja Zinsen, ne, und ich kaufe ja im Prinzip nie was, das ich nicht bezahlen kann. Ach so. Dann nehme ich halt auch keinen Kredit, ne, weil da ist mir ja jeder Sekel zu wertvoll für. Ich rechne ja immer noch alles in Sekel um. Ja, stimmt, aber Sie zahlen doch keine Zinsen, wenn Sie das doch per, wie soll eine Masterkarte, die Einzahlung machen. Das geht ja in Sekunden schneller, wenn man das eingewiesen hat, bezahlt oder wenn man es bestellt, oder... Das sieht so aus, als ob ich die Karte... Ja, das... Nee, das ist die von meiner Frau. Aber wir könnten ja die von meiner Frau nehmen, da kann sich ja keiner mehr beschweren bei ihr. Ich glaube, die hätte ich zurücksicken müssen, wenn ich da so drüber nachdenke. Ja, funktioniert die denn? Dann dürfen Sie überhaupt die von Ihrer Frau, die, die, die... die Kreditkarte nehmen? Funktioniert die? Ist die noch aktiv? Ja, keine Ahnung, wir können... Können wir das mal probieren? Hallo? Ja, was soll man denn probieren? Ja, ob da noch Geld drauf ist, vielleicht kann ich da ja noch ein bisschen was abzapfen. Wie jetzt? Na ja, meine Frau, die braucht das ja nicht mehr. Wenn da vielleicht noch was drauf ist, dann kann ich da mitzocken. Ja, aber Sie wissen, Sie können sowas nicht machen. Warum nicht? Ja, das... Ich glaube, Sie sind seit gestern gestorben. Ja, ich habe das ja geerbt, im Prinzip. Ich bin ja alle Erbe. Ja, das weiß ich schon, aber Sie sind ja nicht... Die Frau ist ja nicht seit gestern verstorben. Die ist ja schon letztes Jahr. Da müssen Sie doch wissen, dass... Haben Sie Geld oder nicht, dann ist das zur Seite gestellt oder keine Ahnung was. Ja, das war, sag ich mal, ein größerer Suchaufwand, weil es ja, sag ich mal, die Firma von meiner Frau, die ist ja da liquidiert worden, also so aufgelöst. Und ich habe da gar keinen Überblick mehr drüber, was wir jetzt wie, wo, wann, wie, in welcher Form da, sag ich mal, irgendwo hingepackt haben. Das ist ja schon ein bisschen her. Versuchen Sie dann, die Daten einzugeben, also Ablaufdatum, wie Sie sehen, Ablaufdatum, Kartennummer, die CVV-Nummer, ja. Ich probiere das einfach. Und dann wird das in Sekunde, wird Ihnen das einzeigen, das kann ich ja von Ihnen natürlich nicht sehen. Sie haben das auf Display und dann wird irgendwie angezeigt, SMS, dann bekommen Sie den TAN-Code offen. Dann müssen Sie bestätigen, ja. TAN-Code? TAN-Code, hat Sie auch im TAN-Code. Das schürft mich schon gut. Das ist gut. Ich fahre nicht mehr auf. TAN-Code geht doch jeder, jeder, der eine Visa Mastercard ist in TAN-Code, kein TAN-Code. Ich habe Tanken verstanden. TAN-Code. Ja, ja. Wie lange müssen Sie denn arbeiten heute? Ich achte nur. So lange noch? Ja, von 9 bis 18. Und haben Sie noch Lust? Ich muss, aber es ist Wochenende auf dem Tisch. Ja, müssen Sie am Wochenende nicht arbeiten? Nein, natürlich nicht. Ich arbeite im Büro und nicht auf der Baustelle. Naja, mich haben die auch, ich sag mal, gestern am Feiertag hat mich auch einer angerufen, der sag mal, wer was verkaufen wollte. Denen ist ja nichts heilig. Wir arbeiten nicht am Feiertag. Da haben Sie ja Glück gehabt, weil bei den ganzen anderen Abzockern, die müssen auch am Feiertag arbeiten. Nein. Das finde ich eine Sauerei, dass man Menschen da, sag ich mal, antanzen lässt um die Uhrzeit. Das kriegen wir extra bezahlt. Naja, trotzdem, man ruft doch nicht Leute auf den Feiertag an. Ich sag mal, so dringend kann das ja auch nicht sein. Natürlich nicht. Der erzählte mir dann auch irgendwas von steigenden und fallenden Preisen. Da sag ich, du bei dir, sag mal, dir ist wohl die Hitze zu Kopf gestiegen irgendwie. Von welchen Preisen? Na, der lief aus Spanien an. Der wollte mir eine Versicherung aufschwatzen. Versicherung? Das ist eine Versicherung. Gott ist schön. Der habe ja auch gesagt, du bist doch nicht mehr ganz normal in der Murmel. Der hat das gar nicht verstanden, was ich gesagt habe. Das war ein bisschen irritierend an der ganzen Sache. Verstehen Sie das Problem? Ja, ja, das finde ich auch. Wissen Sie, was auch lustig ist? Vordersegel. Wie bitte? Ja, mein Name ist auch lustig, ich weiß. Ich weiß. Machen Sie sich ruhig weiter drüber lustig. Nein, ich habe das noch nie den Namen gehört. Na, den gibt es ja auch gar nicht, den Namen. Den gibt es ja nicht, deswegen ja. Ja, ja, den habe ich mir ja nur ausgedacht. Ja, meine ich schon, den kann man nur finden. Ja, eigentlich heiße ich Maulwurf mit Nachnamen. Hans-Joachim Maulwurf. Nein, nur Hans-Maulwurf. Und Joachim gibt es ja auch nicht. Nein, gibt es auch nicht. Und Maulwurf ist, sage ich mal, auch nur ein Deckname. Deckname, genau. Ja, ich bin ja undercover gerade. Ja, ja, weiß nicht. Und wie ist Ihr richtiger Name? Nein, wie weit sind Sie jetzt? Machen Sie weiter den undercover. Ja, natürlich. Machen Sie die Einzahlung und dann undercover. Ich bin ja jetzt undercover. Nein, Sie sollen ja die Einzahlung machen, Sie sollen ja bis zum Ende. den Maulwurf spielen. Verstehen Sie? Ja, ich bin ja gerade der Maulwurf. Ich habe Ihnen ja, sage ich mal, die ganzen wichtigen Informationen, die habe ich ja rausgekriegt, die ich haben wollte. Nein, aber Sie haben ja gar keinen richtigen, Sie haben ja nicht zu Ende den Maulwurf gemacht. Verstehen Sie? Nein, der Maulwurf macht sein Ding ja nie zu Ende. Der, sage ich mal, der, der, der holt, der erfüllt ja immer seine Aufgabe und zieht sich dann wieder zurück. Aber Sie haben doch keine Aufgabe erfüllt. Na doch. Welche Aufgabe, warte, in welchem Ziel sind Sie jetzt gekommen? Nein, ich bin zu dem Ziel gekommen, wenn Sie, sage ich mal, Ihren Firmennamen bei Google eingeben. Da warnen, sage ich mal, alle relevanten Seiten davor, dass Ihre Firma, sage ich mal, Betrug da betreibt. Und ich habe jetzt quasi hier, sage ich mal, den telefonischen Beweis aufgeschrieben. Aber auch wenn ich Ihnen doch E-Mail doch zusende. Da haben Sie doch die Arox-Capital. Das mache ich doch mit Ihren Kunden. Ja, ja, geben Sie mal Arox-Capital.com bei Google Suche ein. Nicht bei Adresse, sondern bei Suche. Da schreiben alle, dass Sie Betrüger sind. Wie alle? Wir sind ja so erst mal seit zwei Monaten. Ja, deswegen. Das ist so eine ganz schöne Leistung. Das ist ja Scambroker.com, Forexbrokers.com. Aber was haben Sie rausgefunden? Forexsecrets.com. Die schreiben alle, dass Sie Betrüger sind. Ja, aber Sie haben doch gar nichts rausgefunden. Doch. Gar nichts haben Sie rausgefunden. Was denn? Was zum Beispiel? Nee, dass ich Ihnen jetzt eine Stunde Zeit geklaut habe, in der Sie keine Leute verarschen können. Wie geht eine Stunde? Ja, du bist ja lustig. Ja. Ich habe Sie schon am Anfang gefragt, Forexsec, was ist das für ein Name? Ja. Aber leider gibt es... Ja, aber es gibt ja leider, es gibt auch Ficka. Und das sind wirkliche Namen, Ficka. Ja, ja, natürlich gibt es das. Ja, da heißt es, Herr Ficka oder was gibt es noch? So, warte, ist mir nicht eingefallen irgendwie. Und es sind ehrliche Namen. Herr Otter, Herr Maulwurf und all solche komischen Namen. Ja, und das gibt es in Deutschland, gibt es ja so wirklich... Wirklich, diese Nachnamen gibt es einen wirklich wert. Aber Forexsec habe ich schon nie gehört. Deswegen habe ich gefragt, was ist das für ein Name, Forexsec? Ja, ein Ausgedachter. Aber Sie haben ja nichts rausgefunden. Gar nichts haben Sie rausgefunden. Verstehen Sie? Na doch, alles was ich... Ich wollte ja nur Zeit klauen und ein schönes Video machen. Wie? Was für ein Video? Naja, für YouTube. Ach so, also YouTube, so ein Ding. Aber das ist doch Quatsch. Nein, das ist... Sie haben nichts rausgefunden. Sie haben nur... Nichts haben Sie rausgefunden. Na doch, wir kennen jetzt eure Masse, wie ihr arbeitet und alles. Das ist jetzt dokumentiert für die Staatsanwaltschaft. Maschen, das gibt doch schon viel auf YouTube, so eine Maschen. Ja, das ist ja egal. Aber nicht eure Firma, noch nicht. Ihr seid neu. Ich bin der Erste, der euch aufgenommen hat. Da kriege ich... Nein! Ich kriege Bonuspunkte. Nein, Erics Capital gibt es ja schon. Wenn Sie Google Erics Capital eingeben, dann steht ja auch Betrug. Verstehen Sie? Ja, ja, deswegen ja. Und ich bin jetzt ja der Erste, der ein Video drüber gemacht hat. Wie, du, wie, du? Was, nur in diesem Gespräch? Das kenne ich doch schon. Ja, nee. Ich habe ja noch Videos heute angehört. Ja, wir haben jetzt ja aber gerade... Wir haben aber gerade... Du bist aber ein schlechter Maulwurf. Meine Güte, nee. Ein guter Maulwurf klärt ja am Ende auf. Wir haben jetzt ja gerade 12.000 Zuhörer. Die sind, sag ich mal, die freuen sich gerade alle sehr. Worüber? So ein Quatsch, worüber? Naja, über den ich. YouTube braucht man... Aber YouTube braucht man doch gar nicht. Man gibt es... Erics Capital gibt man in Google ein, ne? Also diese Trade-Capitals-Firmen. Ja, und eine weniger oder mehr verschiedene. Das Video, das ist langweilig. Nein, das ist total toll. Das haben wir die Leute, die ich habe... Ich habe eine sehr hohe Anschaudauer auf den Videos. Das ist eine sehr tolle Community. Weißt du, wie du ein guter Maulwurf gewesen wärst? Wenn ich jetzt da Geld bei dir ausgegeben hätte, oder was? Nein, 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 nein. Wenn du wirklich rausgefunden hast, wo ich jetzt gerade am Sitzen bin. Da wäre es ein guter Maulwurf. Nein, da hätte ich mich ja entweder einhacken oder irgendeine Software nutzen müssen. Nein, du kannst dich nicht einhacken. Ihr lügt ja sowieso alle. Ihr lügt ja sowieso. Nein, du kannst dich nicht einhacken. Du kannst dich nicht einhacken. Naja, vorgestern haben wir das geschafft. Da haben wir von einer Firma, sag ich mal, sämtliche Datensätze erbeutet von den Leuten, die die angerufen haben und noch anrufen wollen. Nein, nein. Und da haben wir da überall angerufen und die Leute gemacht. Du kannst ja nur die IPT-Adresse irgendwie rausfinden. Aber da kommt man nicht einfach so dran. Dann weißt du genau, wo ich jetzt da bin. Aber sonst geht das. Das ist alles Quatsch. Oder nicht? Naja, sag mal, spätestens irgendwann am Ende des Lebens kommt die Quittung, ne? Ah, das ist doch Quatsch alles. Ne, wirklich. Deswegen. Und das Wichtigste ist, dass jetzt durch dieses Video dann auch nochmal ein Eintrag mehr bei Google steht. Dass die Leute halt nicht bei euch das Geld ausgeben, ne? Nein, das ist doch Quatsch alles. Nein, nein. Was sagst du für die Wirecard und hier die ganzen Leute, die bei euch steht oder die Banken und die Politiker, wenn die bei euch steht, die Deutschland ganz zerstört. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist mit der Wirecard? Und alles so wirklich offiziell. Büros. Ne, weißt du, die Wirecard, die Wirecard ist ja, halt doch die Klappe, wenn du mich nach meiner Meinung fragst. Das ist doch meine Frage erstmal. Ja, die Wirecard ist ja, sag ich mal, hauptsächlich für geschäftliche Anleger gewesen. Und was ihr und euresgleichen macht, sag ich, ihr zockt ja den armen kleinen Rentner und Studenten durchs bisschen Geld aus der Tasse, was die haben. Darum gehe ich gegen euch. Rentner und die Rentnerwechsel. Ein Rentner, der selbstständig war, der 200.000 auf dem Sparbuch oder hier. Also keine Rechtfertigung, den Geld wegzunehmen. Letztens hat er eine 2 Millionen eingezahlt. Ja, super, der arme Mann. Die Wirecard, was hat er für einen Schaden gemacht? Oder andere Sachen, andere Finanzen. Ist das jetzt deine Rechtfertigung? Es gibt noch andere Kriminelle, darum darf ich das auch machen. Ist das deine Rechtfertigung? Nein, nein, das sage ich nicht. Ich habe nur gesagt, du sollst die jagen. Nein, warum? Euch kriege ich aber. An euch kommt man aber ran als kleiner Mann. Ich bin doch hier nicht von der Gestapo. Nein, ich habe dir nur gesagt, wenn du das machst. Du hast mir nur die Zeit jetzt ein bisschen gestohlen. Aber gut, wir haben sowieso nichts mitzutun. Ja, das glaube ich. Erstmal war Feiertag, war es ja Vatertag. Und da haben wir nichts gemacht jetzt, weißt du, zu Hause. Ja, das ist schön. Aber nein, das ist Quatsch, was du machst. Nein, überhaupt nicht. Den Sitz musst du rausfinden. Nee, das bringt ja auch nichts. Ja, du musst dich vorstellen als Mitarbeiter. So wie die auch in der Türkei gemacht haben. Hast du gesehen, versteckte Kamera, der türkische, der Polizist. Ja, natürlich. Und der war Türkei. Und der hat dich ganz normal beworben als Mitarbeiter. Und da hat er versteckte Kamera. So musst du das rausfinden. Nein. So, nicht so im Telefon. Das ist doch Quatsch. Weißt du, wie viele Wochen, Monate, teilweise Jahre, Recherchearbeit da drin stecken? So Firmen wie ihr, die ändern ihren Namen ja alle zwei Wochen, wenn die Google-Ergebnisse nur noch Betrug zeigen. So schnell kann man ja gar nicht arbeiten. Und an einem Tag kriege ich mit so einem Video 20.000, 30.000 Leute erreicht. Das ist deutlich, deutlich besser von der Reichweite her. Ja, aber nein, guck mal. Ja, aber, ja, nee, nee, ich verstehe. Aber wenn die Leute doch auf YouTube doch schauen. Welche Leute schauen das? Ich zum Beispiel habe das geschaut. Da schauen doch keine so normalen Rentner oder wenn sie das in einem ganz anderen Ding, eine Bitcoin-Teilnehmerische Kryptowährung. Da schaut doch keiner. Doch, da schauen es. Ich habe ja eine genaue Aufschlüsselung, was dann immer das Alter angeht. Vielleicht danach schauen die. Danach, wenn die das eingeschaut haben, wenn die sagen, oh, ich habe 2,5 Uhr reingeschaut, erst keiner hat sich gemeldet. Dann schauen die. Das ist ja Aufklärung im Vorfeld. Ich habe drei. Schalt doch mal die Schnauze. Ich habe 23. Ich habe keine Schnauze. Ich habe dich nicht beleidigt. Obwohl ich, guck mal, ich habe ja recht unbeleidigt. Ich mache das. Nein, ich bin nicht unfreundlich. Ich wollte dir auch was sagen, ich habe, du hast gesagt wegen YouTube. Ich wollte dir das nur zu Ende sagen. Du sollst mir nicht schnauze sagen, sonst hätte ich dich schon längst bestimmt. Aber ich mache das ja nicht. Dies Jahr, ne? Ich bin ganz normal, wir reden, okay. Robin Hood. Ja, du bist ja wegen YouTube. Ich habe nur gesagt, Leute, die dann, die eingezahlt haben und dann, wenn die dahinter kommen, ja, ich habe eingezahlt, 2,5 Euro, 2,000, mein Geld ist weg oder 1,000 Euro. Dann recherchieren die vielleicht auch YouTube ein bisschen mehr. Google dann YouTube, dann kommen. Ansonsten YouTube sind ja die, davor, davor passiert ja nichts. Deswegen. Nee, nee. Also ich habe ja 23% meiner Zuhörer sind 60 Jahre und älter. Das kann ich ja ganz genau auswerten. Ja, aber das kommt danach. Nee, nee. Indem die eingezahlt haben. Danach kommt das. Das wiederhört sich vorher, das meine ich ja. Nee, nee, das ist ja, wenn man das so macht wie ich, dass man, während man mit den Leuten spricht, einfach mal den Firmennamen bei Google eingibt. Das habe ich jetzt schon mit einigen Firmen geschafft. Wenn man deren Namen oben eingibt, dann kommen meine Videos als erstes oder zweites Suchergebnis bei Google. Das verstehe ich. Aber danach gucken die es nicht vorher. Vorher tun sich alle. Ja, nicht jeder. Ja. Sicher gucken das nicht alle vorher, aber der ein oder andere, sag ich mal, der wird dann halt nicht bei solchen Figuren investieren. Ja, naja. Gut, Hans-Joachim sag ich mal so. Nee, ich sag mal Vorderstieg. Ey, Kumpel, du darfst Dimitri zu mir sagen. Ist okay. Ja, Dimitri. Ja, kannst du mir nur sagen, wie soll ich das auf YouTube ein-tippen, um zu schauen? Wie tippe ich ein? Äh, warte, ich weiß nicht. Ja, irgendwas mit Arox Capital im Titel auf jeden Fall. Internet-Adresse ist auf jeden Fall mit im Titel. Dann viele käme ich auch, ja, Arox Capital, also wie gesagt, Stoyanov, viele käme ich. Machst du nur Arox Capital und dann wissen wir, wie wir bei YouTube suchen. Da gibt es viele bei YouTube. Ja, soll ich dich irgendwie nochmal, möchtest du noch jemanden grüßen oder so? Nee, sag einfach Stoyanov, grüße an Spider-Man. An Spider-Man, das ist cool. An Spider-Man. Und das ist, das, das, er weiß schon Bescheid, wer Spider-Man bei uns ist. Das war's richtig. Und das weiß er, wer Spider-Man. Krieg ich mal den Kollegen da im Hintergrund, der, der ist so unfreundlich, der muss ein bisschen erzogen werden. Ja, siehste, der hat sich direkt beschämt. Siehste, ich bin ja nicht so, ne? Ja, gib mir den mal. Aber auch unfreundlicher Betrug ist Betrug. Äh, freundlicher Betrug ist Betrug. Ich weiß, nein, ich rede nichts davon jetzt, ne? Da hast du schon recht, ne? Gut, ich mach nur meinen Job, aber ist ein bisschen schwierig, ne? Ja, aber warum machst du sowas? Mal ohne Scheiß. Lass Familie zu Hause und zockst Leute ab. Was guckst du deiner Familie ins Gesicht ab und sagst, ha, ich hab heute 15 Leuten das Geld weggenommen. Ist deine Frau da stolz drauf? Aber nein, lass nicht. Aber nur, es ist ein bisschen schwierig mit den finanziellen, äh, einfach die Einnahmen, Geld, also los. Irre, geputzen, Blatt. Geh putzen. Was, was wirst du anderen Leuten das Geld wegnehmen? Gehst du irgendwo Toiletten putzen, bevor du Leuten das Geld wegnehmst? Ohne Scheiß. Nein, ja, aber mit dem Putzen bekomm ich ja nicht viel Geld. Irre, musst du mehr putzen. Ja, aber... Ey, Scheiße, ich sag's, ich sag's dir, ich war jetzt über ein, über ein halbes Jahr bin ich in Kurzarbeit gewesen. Ich konnte auch nicht wirklich alles bezahlen, aber bevor ich losgehe und Leuten das Geld wegnehme, geh ich doch irgendwo Toilette putzen. Oder steh mich bei McDonalds hinter den Tresen. Äh, was sollen sie machen? Toilette putzen. Toiletten putzen? Sind sie ja auch keine Ausländer? Ja, ich bin Dimitri. Wie ist dein Name? Dimitri? Schneider. Ja, wie ist dein richtiger Name? Ja, Schneider. Niemals. Red mal einen ganzen Satz. Einen ganzen Satz? Nein, will ich nicht. Siehst du? Ja. Und was hast du für eine Funktion in dieser Gang? In dieser Gang? Ich bin Support. Support? Wofür? Ja, für die Dokumente. Was für Dokumente? Ja, wenn die Kunden einzahlen. Ah, okay, du bist, du bist der Konziliere, würde man in der italienischen Mafia sagen. Genau. Ah, okay. So, was machst du denn so? Was machst du denn so? Ich mach YouTube-Videos. Okay, und wie läuft das? Das läuft richtig super. Es gibt genug Leute, die armen Menschen das Geld wegnehmen wollen und denen kann man schön die Zeit klauen und schön ihre Maschen und ihren Namen veröffentlichen. So läuft das Business. Okay, super, das freut mich sehr ab. Und wie viele Leute zockt ihr ab am Tag, Herr Konziliere? Äh, ja, kommt drauf an. 2, 3, 10, 20. Das ist aber kein guter Schnitt. Ja, äh, ist gut. Könnte dran liegen, dass bei YouTube und bei Google so viele schlechte Sachen über euch stehen, oder? Hast du es schon mal mit ehrlicher Arbeit probiert oder hast du keinen Schulabschluss gemacht? Äh, ja, ich hab mit ehrlicher Arbeit probiert, aber... Hat nicht geklappt? Nee, nee, also man verdient zu wenig Geld. Soll ich dir helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden? Äh, ja, können Sie machen. Okay, welche Ecke ist für dich interessant? Berlin, Hamburg, Stuttgart, München? Ich kenne viele Leute. Nordrhein-Westfalen. NRW, Ruhrpott, Dortmund, gar kein Problem. Sagst du, in Dortmund hab ich, äh, hab ich Kumpel, der hat so ein Dönerlokal. Da kannst du arbeiten. Okay. Dass ich Döner mache. Äh, Bedienung, Putzen, Döner machen. Wenn du gut kochen kannst, auch das. Okay, ja, können wir versuchen. Also Polo. Gibst du mir eine E-Mail-Adresse, ich schreib dir. Äh, Steuernhof, wollen Sie auch beim Dönerladen arbeiten? Anstatt hier die Leute abzuzocken, ja, Dönerverkauf. Er will die Mail von uns haben. Das ist nicht die geschäftliche, die hab ich ja, so, so, ein privater. Und das war, war ein Angebot an dich und nicht an ihn. Ja. Ja, ich muss meinen Kollegen fahren. Ach, musst du mir erlauben, mich bitten? Ist er der Don oder was? Ja, wie gesagt, ja. Wie gesagt, ich bin nur Support hier und, äh, der ist der Agent, ja. Also du, du bist, du machst nur so die Buchhaltung und er ist der Abzocker oder was? Genau. Genau, also wenn... Ah, verstehe. Ah, guck mal, dann wärst du doch ein guter Steuerberater oder so. Hey, Kumpel. Hey, was ist da los? Hey. Ich hätte hier auch noch eine andere Stelle für dich. Guck mal, hier müssen, ich hab hier noch bei einem Kumpel, der ist Bauer, da kann man Ziegen melken. Möchtest du Ziegen melken, sag mir. Und ein anderer Kumpel, der kann, äh, kann auf den Bock gespannt werden. Na gut, jetzt redet ihr nicht mehr, vielen Dank für eineinhalb Stunden legendäres Material und dass ihr gestanden habt, was da läuft. Tracker lief über die Nummer die ganze Zeit mit, ich lade das Video dann mal hoch. Schönen Tag euch noch. Jetzt legen sie auf. Was für Trottel. Ja... Was für Trottel.